MEGA GEILES INTRO Neues Spiel In einem Haus muss eine anständige Küche sein Das stimmt Deswegen hab ich keine Willkommen bei Hausflipper Dieses Spiel ermöglicht es dir Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurechnen und dann wieder zu verkaufen Bis dato musst du dich mit einer Bruchbude begnügen, die dir dein eigenes Büro nennen darfst Außer ob steht dir ein Laptop zur Verfügung, deine Steuerzentrale Okay Ja Irgendjemand Müll vor, obwohl die Kisten sind auch schön Wenn man die sauber macht, könnte man die als Regal benutzen So, Zeit zum Laptop Alter Obwohl, so sieht meine Küche auch aktuell aus Und der hat Schränke Ich hab nie mehr Schränke Ähm Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen zwitschen Du hast noch nicht viel Geld für ein Haus, aber es scheint so, als ob dein Passwort der erste Auftrag wartet Eine ganz normale, saubere Jungsbude Ja, ja Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen Gut Tag, ich möchte gerne, dass sie mein Haus Was Wieder in Ordnung bringen Bei Face-Spam sah ich, dass mein Spam trifft das Sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat Er hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen Es kann sein, dass noch etwas fehlt Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss Installieren Sie die Heizung Also, wollen Sie bitte nicht die Polizei Ich werde selbst nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abbrechen Okay Ist das die Bude? Wenn es zu dunkel ist, kannst du die Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet Du kannst dann direkt nur mit dem Mob reinigen Oh Kann erfreundeln Alter, ist das echt die Bude? Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor Entweder habe ich mal ein Let's Play gesehen Oder 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 Ich habe es schon mal angespielt Ich habe es schon mal geblendet Weißt du, ich müsste eigentlich bei mir auch mal sauber machen. Also, bei mir ist es jetzt nicht so dreckig hier. Aber, weißt du, stattdessen spiele ich ein Spiel, wo man eine Bude sauber macht. Oben rechts ziehst du den Dreck auf der Mini-Mip. Ah, okay, stimmt. Also, ich wusste, dass man... Das Gefühl habe ich auch die ganze Zeit. Bei mir oder bei dir? Also, ich müsste mal zum Beispiel wieder Wäsche waschen. Mein Wäscheberg, gebe ich ehrlich zu, türmt sich. Diese Bewegung. Aber nicht alles an Dreck kann man noch freischalten. Aber ich sehe nur den Müll. Ich sehe ja nicht den Dreck, oder? Ich sehe den Dreck auch. Das ist aber nur so 20%. Okay. Aber hier sollte es sauber sein, oder? Ah, erst mal hinsetzen. Alter, wie sieht denn die Matratze aus? Boah. Die würde ich ja wegschmeißen. Ich habe mir jetzt so einen... So einen... So einen Milbenstaubsauger bestellt. Für die Matratze. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Hast du das immer schon mal gemacht? Dein Tablet. Absolut, steht dir ein Tablet zur Verfügung. Ey, ich habe Videos dazu gesehen. Das war ja richtig heftig. Ich habe gemerkt, dass meine Nase morgens oft zu ist. Meine Matratze ist jetzt nicht so alt, aber ich habe Videos gesehen, da haben die auch zwei, drei Jahre alte Matratzen abgesaugt. Und was da rauskam, heftig. Das kann ich dir doch mal zeigen. Und ich merke auch eben, dass morgens meine Nase zu ist. Und du kannst damit auch Teppiche absaugen. Du kannst das Sofa absaugen. Okay, schließen. Du kannst eine Heizung... Ich muss eine Heizung kaufen. Wieso muss ich denn die Heizung kaufen? Ne, das ist eine elektrische Heizung. Altrago. Heizkörper fürs Bad, große Heizung, Heizung. Müsste da eigentlich passen, oder? Okay. Wenn der so einfach ist, dann kann der Kleppner werden. Okay, reinige die Verschmutzung. Dann müssen wir noch... Passen wir das Sofa wieder hier schön hin. Selbst Bällefernbedienung? Okay. Ähm. Hier ist alles fertig. Komm, die machen wir noch. Ich stehe mal hier auf den Tisch. Soll hier ein zufriedener Kunde sein. Und dann... Wie sieht denn das hier aus? Hier ist der Ausgang. Das ist doch... Alter! Gestern Kärschen, heute einrichten und malert. Ja, das war auch so mein, 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 äh... Meine Intention, ähm... Gerade. Ich will es einfach mal anspielen. Ich habe so viele Spiele im Game Pass auch installiert. Ich muss das einfach mal... Ich will einfach mal ein paar Spiele an Kärschen, äh, an Kärschen, anspielen. Du entwickelst dich. Ich nehme deine Tablette und bestimme, wofür die... Ich entwickle mich. Cool. Danke gerichtet. Ja, wenn das gehen würde, so mit Mods... So alles im Star Wars-Stil und Marvel-Stil... Dann würde ich mir so ein, äh... Star Wars-Bett holen. Ich glaube, hier ist alles sauber. Oh, Alter. Ich gehe kotzen, wenn ich das sehe. Aber es ist eine süße, kleine Wohnung. Wer hier... Oder? Was sagt ihr? Wir haben jetzt vielleicht... Bisschen zu klein. Reinige die Verschmutzung. Wo ist denn noch Verschmutzung? Wo ist denn noch Verschmutzung? Steam-Version hat wirklich einen, äh, Workshop? Mit deinem Glück hämmerst du auch, wenn... Ja, ja, ich hab's mal bei, 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 äh, jemandem im Stream gesehen. Badezimmer ist beendet. Okay, hier, Wohnzimmer muss irgendwo... Okay, die, die Verschmutzung muss irgendwo im Wohnzimmer noch sein. Ah, hier auf der Matte? 98 Prozent, okay. Wir haben irgendwo noch 2 Prozent Verschmutzung. Sofa? Ah, das steht ein bisschen scheiße. Sofa irgendwo noch schmutzig. Nee. Office Star Wars ist auch verfügbar, ja. Sie wundert mich nicht. Fenster? 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 Diese Bewegung, ey. Was sagst du denn, das Schlafzimmer? Schlafzimmer ist fertig. Kühlschrank? Kühlschrank haben wir noch gar nichts gemacht. Ah, da war irgendwo was. Auftrag beenden. Du kannst den Auftrag jetzt für... Warte, möchtest du jetzt wirklich beenden? Ja, wir haben 100 Prozent abgeschlossen. Was wollen wir noch da? Mal ins Bett masturbieren? Erstes Geld. Ich brauche ein eigenes Arbeitsraum. Jetzt müssen wir mal ein bisschen unsere Bude hier mal ein bisschen im Vordermann bringen. Noch ins Bett masturbieren. Erstmal bei der Auftraggeberin noch. Äh, schön. Zum Abschluss. Sind sie schon fertig? Nein! Flap, fap, 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 fap. Okay, das kann man nicht. Alter, ich habe ja nicht meine Heizung hier. Komm hier auf den Nachttisch. Alter, ich will nicht wissen, wie das Bad aussieht. Oh. Ja gut, aber ich kann ja nicht viel reinigen. Kann ich nur aufheben. Schade, kann ich nicht machen. So. Kann ich auch nicht machen. Ja, dann, äh, 30.000 Kontostand. Da muss ich so in der Bude wohnen. Nee. Putzaktion in Garage. Kurz gesagt, die Garage muss ertrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons zu den ganzen Müll, so wie die alten Reifenwerke. Wenn Sie sich auch die Fenster zu putzen, die Werkstätten sollen so bleiben, wie sie sind. Man mag es nicht. Wenn man sie umstellt, dann kann er sie nicht finden und ist unzufrieden mit Friesen gekault. Komm. Aber man muss ja später dann so richtig, richtig Wände einreißen. Oh, das hast du ja eben schon geschrieben. Und noch Fliesen machen und, und sowas. Und Boden und so und, äh. Alter. Wo ist der Reifen hin? Ganz schön vieler, viele Altreifen. Aber ich glaube, die Reifen will er behalten hier. Kann ich nicht wegschmeißen. Das hätten Sie anders machen können mit diesem Wegwerfen, dass er da, dass du das wirklich irgendwie auf einen Transporter laden musst oder so. Dass du das nehmen musst. Und dann zur Deponie fahren. So, räume den Müll auf. 100 Prozent. Reinige die Verschmutzung. Wie gesagt, Fenster. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich nicht einfach einen Ker... Achso, ich muss ja gedrückt halten. Kann ich nicht einfach einen Kärscher nehmen? Ja, wer kennt's nicht? Wer saugt ihr auch immer eure Fenster ab? Ja. Wer kennt's nicht? Also, ich saug ja auch immer meine Fenster ab. Okay. Neuer Fertigkeitspunkt. Wir haben schon mittlerweile zwei Fertigspunkte. Also, es gibt extra einen Kärschersauger. Ähm. Was sollen wir denn... Wie sollen wir denn die einsetzen? Du siehst einige Verunreinigungen auf der Inmedi-Map. Bert, das möchte ich bitte haben. Siehst mehr? Ja, nee, das möchte ich noch bitte haben. Okay, hat's erledigt. Kennst du doch von Frau Becker? Keine Ahnung, wen du meinst. Ich schaue keine anderen Streamer. Ja, keine Ahnung. Da muss irgendwo noch ne Verschmutzung sein. Ah, Auftrag abgeschlossen. Cool. Aber wieso habe ich 30.000 und gehe für 400 Arbeiten? Fünf Werbung. Warum kommt denn so viel Werbung? Verstehe ich nicht. Hast du gemerkt? Hast du gemerkt, dass du noch geliebt? Den Tabern blieb ich von der Festplatte... Ja, Twitch hat einen, ähm... Du weißt, jetzt ein Werb... Werbungs... Äh... Werbemanager. Du kannst alle 8 Minuten drei Werbungen schalten. Also maximal. Maximal. Ja. Das wären einige wahrscheinlich sehr ausnutzt. Also ich habe mal, ich habe mal geguckt, du kannst, du kannst das jetzt richtig einstellen. Also A, wie viel Werbung du haben willst. Wie lang die Werbung sein soll. Die Werbung, dieser Werbeblock kann drei Minuten lang sein. Und du kannst ihn maximal, du kannst das wirklich dehnen. Ob auf, auf Stunde oder maximal, also auf minimal acht Minuten. Also du kannst alle acht Minuten einen drei Minuten langen Werbungsblock. Ja, aber ich verstehe nicht, warum so viel Werbung kommt. Du hattest zum Streambeginn, hattest du acht Werbungen. Jetzt nochmal fünf Werbungen nach knapp einer halben Stunde. Das verstehe ich nicht, aber... Nur mal gucken, vielleicht habe ich da auch was bei dem Werbemanager verstellt. Ähm, Tablets, Shop, Heizkörper, kaufen. Muss ich mir nochmal anschauen, vielleicht habe ich da aus Versehen, aber... Du hast dich jetzt wegen drei verfickten Frames gemeldet, dass die Kodierung überlastet ist? Nee. Doch. Nee, wegen 1341 Frames von bisher 206.000. Also 0,6%. Da, 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 da meckerst du gerade. Fick dich, Komm, Brüder. Aber ich halte trotzdem mal das Rendern an. So, putzen muss ich hier nix, gell? Nee. Muss hier nur... Ja, das ist ein easy Job. Äh, ne Badezimmerheizung muss man hier haben für... Das wäre der hier, gell? Geiler wäre es ja noch, wenn du die ganzen Anbauteile kaufen müsstest. Wenn du die raussuchen müsstest. Was für Schrauben. Was für Anschlüsse. Kommt bestimmt noch. Die wollen mich wahrscheinlich nur am Anfang nicht... Was ist das denn? Waschbecken. Die wollen mich wahrscheinlich am Anfang nur nicht überfordern. Weil sie wissen, dass ich da verzweifeln würde. Wasch. Was soll man für ein Waschbecken nehmen? Komm hier, nimm mal so ein pinkes. Nee, das kommt nicht. Okay, schade. Oh nee, das ist falsch, ein Waschbecken. So ein Waschbecken soll ich noch nehmen? Du musst die Abdeckung abmachen. Ah, okay. Hoffentlich hat da jemand dran gedacht, das Wasser abzustellen im Haus. Ah. Du kannst das Waschbecken. Und jetzt? Ey, ich glaube, das ist ein Küchenwaschenbecken. Ich glaube, das ist ein Waschbecken für die Küche, oder? Gießen das wieder weg? Ihr habt da ein Waschbecken in der... Scheiße. Aber wo sehe ich denn was für... Das hier ist für das Bad, oder? Ja. Ja. Okay. Aber oben festschrauben ist nicht, oder? Ja, wo ist das? Nee. Kann ich denn gekaufte Sachen wieder einlagern? Verkauftool. Äh. Kann ich das ja wieder einlagern? Ach komm, scheiß drauf. Ja, ihr habt jetzt eine Spüle im Wohnzimmer stehen. Äh, im Flur stehen. Keine Ahnung, wie die da hinkommt. Ich stelle sie euch aber trotzdem eine Rechnung. So. Die sind ganz schön fleißig, oder? Amaran... Was? Amaranthrote. Ich wollte es gesagt. Drote. Amaranthrote Wände. Ich würde gerne in dem noch ein recht schlichten Haus, welches gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Er macht es auch selber. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amaranthrot. Die restlichen Wände wären perfekt in grauer Szene. Also hätte ich was vergessen. Können sie auch die kaputten Steckdosen reparieren, wenn sie hierher kommen. Uh, schick. Doch, ich hab das schon mal angespielt. Ich hab das schon mal... Das kommt mir bekannt vor. Das... Das kommt mir bekannt vor. Katalüte, da ist ein neues Werkzeug freigeschaltet. Ich hab das schon mal angespielt. So. Ich sollte den Farbroller mit... Also müssen wir wahrscheinlich erst mal Farbe kaufen, gell? Nee. Wird wahrscheinlich auch Spaß machen. Ich hab doch nichts abgedeckt und weggeräumt. Frage ist, wie viel machen wir rot und wie viel machen wir grau? Ich würde sagen, dass wir zwei Wände rot machen. Was ist das denn? Ach, jetzt kann ich verkaufen. Cool. Ähm... Und zwei Wände... Grau machen, oder? Er kann auch in der Müll beschreiten. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich das ja schon mal gemacht habe. Also ich muss es schon mal angespielt haben. Nee, der soll ja schon ordentlich sein, oder? Warte, Pettung. Soll ja schon ordentlich sein. Ich muss ja meine Kunden zufrieden machen. Also muss ich wieder als... Auf dem Straßenstrich... Das ist meine Möglichkeit, endlich dem Straßenstrich hier zu entfliehen. Mit dem ich mir ein Geschäft hier aufbaue. Das ist doch schon wieder so was ein bisschen... So ein bisschen Beruhigendes. Ich hab so viel Farbe gekauft. Wir machen mal drei Wände... Wir machen mal drei Wände, ähm... Ambo Randrot. Und dann werde ich auf dem Straßenstrich wieder von meinem Zuhälter Trako geschlagen. Weil ich nicht genug Geld einnehme. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Farbe gekauft. Du weißt ja Gott sei Dank nicht... Gott sei Dank weiß er nicht, wo ich bin aktuell. Ich kann mein eigenes kleines Geschäft aufbauen. Hier. Zum kleinen Ort. Bist du, woran mich das erinnert hier gerade? An meine allererste eigene Wohnung. Und ich wollte einen schönen orangenen Flur haben. Und dann habe ich mir weiße Farbe gekauft. Und das war lange her. Nicht mal in diesem Jahrtausend übrigens. Und habe roten Ab... Die Verluste muss dann halt ausgleichen. Ich kann ja nackt mit Farbe bekleckert streichen. Und habe dann roten Abtöner gekauft. Und habe den roten Abtöner in die weiße Farbe reingemischt. So. Sah super orange aus irgendwie in dem Licht. Habe den kompletten Flur orange gemacht. Aber nicht nur die Wände, auch die Decke. Also komplett orange. Sah auch an der Wand super aus. Dann bin ich zu meinen Eltern gefahren. Weil ich da ja, wie gesagt, noch gewohnt habe. Die Wohnung wurde ja gerade von uns gemalert, tapeziert und so. Komme am nächsten Tag wieder. Und was, wenn man Farblehre aufgepasst hat. Was wird aus rot und orange? Äh, rot und weiß? Für eine Farbe? Was entsteht da? Gucken wir mal, ob ihr eine Schule aufgepasst habt. Jetzt haben wir aber so viel... Oh ne, hier haben wir noch was offen. Farbe gekauft. Ja, was wird aus rot und äh... Ne. Okay, Lord Cookie hat in der Schule schon mal nicht aufgepasst. Helles orange entsteht nicht aus rot und weiß. Ein übelstes Rosa, so Pepper-Pick-Rosa entsteht da. Das heißt, ich hatte einen Flur im übelsten Schweinchen-Rosa. Aber wirklich heftigst. Das hat in den Augen weh getan, wenn du da reingekommen bist. Weil du so eine Farbexplosion hattest. Das hat richtig weh getan. Man, da mussten wir dann richtig, ich glaub, drei oder viermal drüber... Ne, äh, das war... Einfach rot mit weiß. Das wurde ein übelstes. Also das ist ein... Ja, so ungefähr dem Rosa hier. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Also es sah richtig scheiße aus. Sie haben dann wirklich noch dreimal drüber gestrichen. Ähm. Bis das hier weg war. Neue Fähigkeit drücke die... Verbesserung. Mittlerweile kann ich das ganz gut mit Malern. Das mag ich auch schnell. Macht mir auch Spaß. Also Malern, nicht kapizieren. Mittlerweile gibt's ja schöne abgemischte Farben. Ah, ist leer. Schade. Äh, doch. Ähm. Fuck. Ah, hier kann ich auch. Ach, komm, wir kaufen wieder mal ein. Ja, den Essheimer hätte gereicht. Egal. Bisschen schorent das immer. So. Wie gefällt's euch? Sieht doch gut aus, oder? Was ist denn die kaputte Steckdose? Oh, ah. So stark. Was ist denn die kaputte Steckdose? Soll hier sein? Da ist sie. Was soll ich jetzt hier machen? Oh, äh. Ach, dann macht das automatisch. Ich hoffe, es ist richtig. Ansonsten... Gerade mit den Farben... Neuer Farbe und so. Das brennt bestimmt richtig gut. Und du musst noch ein Autoreen bekommen, das ist auch eine Errungenschaft. Ja, gut, Errungenschaft muss ich jetzt nicht so. Aber warum kann ich das denn jetzt... Nicht mehr... Ach, ganz ehrlich. Jung, gute Frau, machen Sie Ihren Kühlschrank, stellen Sie selber wieder hin. Ich lasse mal Sachen stehen bei dem einen, der Spüle im Flur. So, Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger. Ich war's nicht. Und wir rennen... Und wir rennen wie verrückt, aber auch sehr glücklich hin und her. Und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen soll. Bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt, wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein malerisches, winziges Haustchen für uns drei gekauft. Leider muss das noch kräftig aufgeräumt ins Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich die Aufgabe anvertrauen kann? In meinem Kinderzimmer denke... Denke... Achso. Hat er nicht eben erst noch gesiezt? Beim Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen, eine Wickelkommode, vielleicht irgendwelche Spielsachen. Du kannst ja da einen Farbeimer da hinstellen. Du hast da noch viel Erfahrung, oder? Du hast da noch viel Erfahrung. Und male die Wände für unsere klürende Süße unbedingt hellrosa an. Vielen Dank. Pinkes Zimmer, los. Habe ich gerade gesagt, habe ich Erfahrung mit. Aber erst mal putzen. Ich gehe mal davon aus, das ist das Zimmer. Guten Tag. Alter. Alter. Das ist ja ekel. Da wird schon wieder jemand auf die Spüle geschissen. Ist egal, ich verreibe es einfach nur. Oh, ist ein Kärscher, wenn man die braucht. Kann ich mich ducken? Ich glaube, ich muss das Sofa wegstellen, oder? Kann ich nicht? Wo ist das Sofa? Dreckig. Oh, ne, das ist nicht Fensterbänke hier. Hier in der Ecke ist noch irgendwo was. Okay. Aber da ist noch irgendwo was. Mal so Fenster reinigen. Äh, das ist das nicht sehr nervig. Ja, ja. 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 Tofu. Wann kommt Rocket League? Niemals. Ich kann kein Rocket League spielen. Guck mal. Was ist das für eine Steuerung? Ich spiele Hausflipper, da werden Häuser gereinigt und renoviert. Ist so ähnlich wie Rocket League. Ist relativ ähnlich. Ist relativ ähnlich. So. Wenn wir gestern Powerwash Simulator gespielt haben, wo wir die Sache abgekehrt haben, draußen. Da ist noch ein Fenster. Das ist geputzt, oder? Der sagt mir doch, dass da noch irgendwas Dreckiges ist. Fensterbrett? Ah, Fensterbrett. Ah. Und Fenster reinigen. Auch von Steam? Nee, das gibt es bei Steam, aber ich spiele es über einen Xbox Game Pass. Ich nutze den kaum im Moment und habe gesagt, ich werde jetzt mal die ganzen kleinen Spiele einfach mal nur so anspielen. Zwei, drei Stündchen. Gucken, wie es mir gefällt. Gestern haben wir auch schon zwei gemacht. Einfach nur mal gucken, wie es mir gefällt. Einfach mal das Geld, was ich da ausgebe. Damit ich das aber... Weißt du? Macht's. Einfach mal was anderes aus von dem Baller spielen. Irgendwas, in dem ich einigermaßen gut werde putzen. Wenn ich schon meine Bude nicht putze... Ist das draußen? Ja, das ist draußen. Der Boden, gell? Ja, Rot-96, äh, Rot-96 werden wir auch noch definitiv anspielen. Ja, Two-Point-Hospital kommt gleich, ähm, im Anschluss. Müssen wir noch weitermachen. Das sieht so ein bisschen aus, als ob die hier ein Schimmelproblem haben, hier unten. Ich werde ja nicht mit dem Kind in das... In das Haus einziehen. Und hier hat auch einer hingekotzt. Egal, ich verreibe es einfach. Ähm, wie gesagt, Two-Point-Hospital, da wollen wir... Da wollen wir ja alle... Alle, ähm, Krankenhäuser freischalten. Na ja, gestern schon drei Stündchen, vier Stündchen gespielt. Ja, das wollte ich im Anschluss gleich. Das macht mir echt Spaß. Was ist denn hier noch Schmutz? Direkt vor mir. Aber schön, dass ihr da seid, nur einem alten, dicken, glatzköpfigen Mann beim Putzen zuschaut. Ich habe übrigens beschlossen, nämlich nach dem Sub-Goal bei zehn Subs färbe ich mir die Haare. Im Stil. Da, an der Wand ist noch irgendwo was. Nee, da. Bei zehn Subs färbe ich mir die Haare. Färbe ich mir alle Haare, die ich am Körper habe. Alle. Rosa. So. Reinige, wir müssen noch irgendwo Verschmutzung sein. Da. Ja, alle Haare, die ich am Körper habe, reinige ich dann. Reinigen. Ähm. Färbe ich dann. Jedes einzelne Haar. Heute mache ich das noch. Reinige dich. Irgendwo ist noch eine kleine Verschmutzung. Sieht noch irgendjemand was? Da. Ist da? Ich finde das nicht schön, wie der da steht. Das ist schöner. Was sieht noch? Irgendjemand eine Verschmutzung? Wir haben noch ein Prozent. Ja, wie gesagt. Zehn Subs. Und ich färbe all meine Haare in der Farbe, in der ihr wollt. Ich bin schon ein Arsch, gell? Lord Cookie braucht einen Sub, wegen der Vergewerben kriegen. Aber ich verstehe nicht, dass da so viel Werbung eingeblendet wird. die Fenster hier noch schmutzig ist. Da ist noch was. So, Streicher. Streicher mit Farbe. Pastellrosa. Gegenstand kaufen. Das machen wir danach. Kann ich den Eimer nicht einfach an die Wand klatschen? Achso, wir können ja mal zwei Bahnen jetzt machen. Aber ich bin schon ein Arsch, oder? Leute. Zwei Bahnen ist, äh... Ich muss mal ein bisschen effektiver machen. Ja, weil ich nicht ein einziges Haar am Körper habe. Ich habe gesagt, ich färbe jedes Haar an meinem Körper. Ich habe nicht ein einziges Haar an meinem Körper. Keins. Nicht eins. Das dauert auch noch ein bisschen, bis die wiederkommen. Achso, das muss gedrückt halten. Aha. Ja, ungefähr so sah mein Flur dann übrigens auch aus. Ich überlege auch, wann war denn das? Lange her. Sehr lange her. Zu lange. Hast also ein Mädchen bekommen. Oh, fuck. Das muss ich ja mal abholen. Das ist ja immer noch, sitzt ja immer noch in der Wohnung. Oh, krass. Die muss jetzt mittlerweile über 20 sein. Scheiße. Die habe ich ja total vergessen. Ich bin ja einfach ausgezogen und habe die da sitzen lassen. Ja, ich verstehe nicht. Ich habe da nichts verändert. Ich habe mir das nur angeschaut. Ich weiß nicht, warum so viel Werbung da drin ist. Vor allem die letzten Tage war das ja nicht so. Also, ich weiß nicht, ob da Twitch jetzt gerade wieder was geändert hat. Gut, ich habe ja jetzt gestern wieder gestreamt. Ich habe ja die ganzen zwei Wochen nicht gestreamt. Ich muss mir das mal anschauen. Das ist opernervig. Wenn du in den Stream reinkommst, dann hast du erst mal acht Werbung. Du kannst ja in diesem neuen Werbemanager extremst viel einstellen. Habe ich ja schon mal erklärt. Aber ich hatte da nichts verstellt dran. Ich habe dir das nur angeguckt. Beseitze, beseitze nichts gespeichert. Letzten Tage oder gestern war es ja nicht so. Ja, wenn Maler nur so einfach wäre. Schlimmste ist immer das Vorbereiten, das Abkleben, das Ecken machen, Kanten. Du kannst auch Wunschbetrag machen lassen und Twitch dann machen. Eine Million Euro. Ah, fuck. Nehmen wir noch mal klein. Werbesteam brauchen wir auch nicht. Jo. Wir machen ein Steam, wo nur Werbung läuft. Okay. Das. Ich habe einen Das gute Kall-Lachsregal. Das heißt doch Kall. So, können wir die anderen Zimmer noch reinigen. Jetzt muss ich auch das Bett für die machen. Ach ja. Ich brauche eine Putzfrau. So, in-game. Mitarbeiter einstellen. Wollt ihr nicht für mich arbeiten? Wäre so geil, wenn das im Multiplayer gehen würde. Wäre so geil, wenn das im Multiplayer gehen würde. Wenn du dann eine große Community hast, die schwärmen aus und putzen alle Häuser für dich. Und du sitzt nur da wie so ein, beziehungsweise wie Zubhälter, aber das ist eigentlich nur Chef von der Firma. Das wäre so sinnlos. Und managst nur und bezahlst die Leute und machst Vorstellungsgespräch so Manager-mäßig. Weißt du, Hausflipper-Manager. Wieso wäre das sinnlos? Ich finde das geil. Mann, lass mir doch mal meinen Spaß, Cookie. Weißt du, du sitzt nur da in deinem Bürosessel. Und stellst die Leute müssen zu dir kommen, müssen Vorstellungsgespräch machen, müssen zeigen, dass sie putzen können. Und dann kannst du die auch befördern zu Teamleitern. Und du musst denen ihre Arbeit kontrollieren. Kannst die Leute aber auch rausschmeißen, wenn sie, haben dann so feste Arbeitszeiten, dass sie so von 8 bis 16 Uhr arbeiten müssen. Ja, du brauchst eine große Community. Mal schlafen zum Zauber. Bleh. Das ist doch der für tiefes Schimmel, ja. Ja genau, nebenher haben wir Autowasch-Streams. Da kommen dann Leute, die dann für mich in Hotpens autowaschen müssen und so. Und andere können dafür bezahlen, weil andere haben dann so Häuser. Wo dann meine Mitarbeiter vorbeikommen. Wie geil wäre das denn? Äh. Schlau. Fällt es noch rein in die Sonne? Das könnte man dann immer weiter aufbauen. Da könnte man so viel Spaß mit haben. So. Auftrag beendet. Habe ich das schön gemacht? Habe ich das schön gemacht? Aber, ähm, was kann ich denn jetzt mit dem Geld machen? Kann ich mir dann irgendwann ein eigenes Haus kaufen, oder? Wie viel brauche ich denn für ein eigenes Haus? Weil die Bude hier will ich ja kein Geld reinstecken. Kann ich denn ein Haus kaufen? Hier? Äh. Am Laptop kann ich ein Haus kaufen. Ach da. Ähm. Wie viel haben wir denn? 38.000. Ja gut, das ist, äh, verlassenes Haus. Oh, Alter. Wir nehmen das, oder? Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen... Ein bisschen Geld einnehmen. So sieht es ungefähr bei mir ja auch aus. Aber wir kriegen ja kaum Geld zusammen. Ähm. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in einem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon drei und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dass er ein eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer an zwei Wände. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Tumma, komm. Der will einfach nur mal wieder die Alte durchnageln, ohne dass das Kind daneben sitzt und zuguckt. Deswegen will der... Alter, ich muss mal Rasen gemächt nennen. Ähm. Deswegen. Ihr könnt doch da so eine Kinderzimmer machen. So. Erstmal Gegenstand verkaufen. Zerstöre die Wände. Welche Wände soll ich zerstören? Wand bauen. Abreißen. Die. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Da seh ich mich drauf. Okay. 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 Jetzt probier's jetzt nicht am Fenster aus. Aber das ist ja schade. Das verschwindet ja automatisch. Man müsste das noch rausbringen. Was durf ich denn? Ich muss da Schaufel aufnehmen. Ich glaube, das ist das Wohantragende. Ich glaube, das ist das Wohantragende. Die Wände, ja. Ich glaube, wenn ich die Wand hier... Also die Wände... Ich muss aufpassen, weil die Wand kann ich glaube auch weg... Machen. Alles die kleine Kamera, wo ich eben sagte, dass... Jetzt hab ich einmal eine gemachte Wand eingerissen. Alter, richtig große Wand im Keller. Alter, was für ein Scheiß. Boah. Ah, ist danach aber auch tagelang im Bett gelegen. Hat alles wehgetan. Soll die Wand hin? Hier? Ja, genau hier hin. Ich würde die ja tatsächlich so lassen. Ich würde die gar nicht verputzen. Aber das sieht doch cool aus. Das sieht doch cool aus. Dress... Dastuil... Style. Wer würde denn eine Zementwand reinsetzen? Wer würde da so eine Ziegelwand reinsetzen in die Bude? Wenn ich... Wenn ich... Würdest du doch eher eine Ständerwand reinsetzen. Oh, oh, er hat Ständer gesagt. Lass mal einen kleinen Spalt offen. 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 Lass mal einen 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 Spalt offen. Das Bett kommt hier hin. Von Heizkörper? Ist egal. Ist nicht mein Kind. Muss mal klarkommen im Leben. So, Auftrag erledigt. Ne, Steckdosen muss man aber reparieren. Geh da. Alter. Wir sollten die Steckdosen nicht so verrosten. Lustigerweise habe ich jetzt schon die zweite Steckdose, die ich hier repariere. Seit einem Dreivierteljahr ist da die Steckdose ab. Weil mein Vermieter da was nachgeguckt hat und hat sie nicht wieder dran gebaut. Die liegt seit einem Dreivierteljahr daneben. Weil ich zu faul bin, die wieder dran zu bauen. Ja, die Steckdose gehe ich noch selber hin. Die Steckdose werde ich tatsächlich noch selber hinkriegen. Das mit den Lampen ist komplizierter, finde ich. Weil ich habe in einigen Räumen vier Kabel, die aus der Decke rauskommen. Ich weiß nicht, wie die Lampen da angeschlossen werden sollen. Aber da ich eh wahrscheinlich dieses Jahr umziehe. Also ich werde definitiv dieses Jahr wieder umziehen. Also selbst wenn ich hier bleiben sollte, werde ich umziehen. Aber ansonsten hat sich ja gestern der Arbeitgeber gemeldet, bei dem ich ja schon vor anderthalb Jahren hätte anfangen können. Und mich jetzt auch nochmal neu beworben habe. Und wenn das klappt, dann ziehe ich definitiv um. Und deswegen mache ich in der Wohnung gar nichts. Also wirklich gar nichts mehr. Ich habe jetzt überlegt gehabt, ich wollte noch Regale nochmal aufhängen und so im Flur. Und habe ja neue Regale, Bücherregale und so. Verkaufungmomente. Ich werde jetzt sehr, sehr viel bei Ebay kleiner zeigen. Und bei Ebay werde ich jetzt die Woche ganz viel reinstellen. Gerade zu Bücher und sowas würde ich loswerden. Diesen ganzen Scheiß, was ich gestern gezeigt habe, was zu den Abos dazu kam. 41.000 haben wir jetzt bekommen. Geht doch. Es macht gerade echt Spaß, das Spiel. Jemand muss eine Wand abreißen. Ne, deswegen misste ich gerade übels aus. Ich habe jetzt hier bei mir schon drei Kartons stehen mit Zeug, was ich ausgemistet habe. Weil sie wirklich einfach nur mit mir rumschäppen, was ich nicht brauche. Ich habe zum Beispiel noch so einen alten Scanner. Weißt du, einfach nur so einen Scanner. Zeitgleich habe ich aber einen neuen Drucker mit einem eingebauten Scanner. Wofür brauche ich den Scanner? Den schleppe ich seit Jahren mit mir rum. Jetzt habe ich eine Kiste gemacht mit technischen Geräten. Die funktionieren alle noch. Die werde ich dann alle zur Tafel bringen oder zur AWO oder so. Und ganz viel Kabel sortieren gerade. Ganz viel Zeug. Ja, bei Ebay verkaufen. Ja, da kriegst du 5 Euro für Versand und alles. Das ist mir zu auffällig. Dafür die 5 Euro. Das Buch, was ich doppelt hatte von Dune, das habe ich tatsächlich verkauft. Das geht morgen weg. Ein Lego Set, was ich doppelt habe, habe ich jetzt gerade verkauft. Das geht morgen auch weg. Also ich bin im Moment richtig am aussortieren. Ganz vieles früher von diesen Collectors Edition, was ich mir gekauft habe beim Gaming mit den ganzen Figuren und so. Also ich bin echt im Moment ganz, ganz krass. Wer zum Beispiel meinen Blu-Ray-Player werde ich verkaufen. Ich habe einen Blu-Ray-Player mit vier großen, also mit der kompletten 5 plus 1 Sound-Anlage. Das Ding habe ich seit, wann habe ich mir den geholt? Wann habe ich in der Pfalz gelebt? 2013 rum habe ich mir den gekauft für schweineteures Geld. Habe ich seitdem die wieder benutzt, schleppe ich immer mit mir rum. Und immer diese scheiß großen Boxen, die sind so, also... So ist jetzt doof. Aber die sind locker so, die gehen einen locker so bis zur Brust. Die Anlage gehört unter den Rechner. Ja, aber ich habe eine 2.1-Anlage für den Rechner. Brauche ich nicht. Und die macht echt bumm von Logitech. Die macht echt bumm. Seit einiger Zeit, bei dieser 2.1-Anlage finde ich es so geil, von Logitech, dass du auf dem Computer, aber auf dem Schreibtisch hast du dann so ein Hub stehen. Hier. Da kannst du drüber die Lautstärke regeln. Kannst du die Kopfhörer dann immer an. Wenn ich jetzt nicht streame, mache ich hier die Kopfhörer ab. Kannst du die Lautstärke drüber regeln. Und ich höre eigentlich nicht so viel Musik am Rechner. Also... So, jemand muss die... Da sind so viele Sachen, die ich... Games werde ich jetzt verkaufen, weil ich es gerade sehe. Das sind so viele Sachen, die ich habe, die ich über die Jahre angesammelt habe, über die letzten 10 Jahre, die ich einfach mal loswerden muss. Und der Keller ist noch voll mit Kartons. Boah, Bücher gerade. Ganz viel Bücher. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Seit einiger Zeit sind große Räume angesagt. Man bräuchte nur ein bisschen umzusehen. Sogar mein Nachbar und Auslandhaber haben einige Wände in ihren Häusern herausgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ey, das kann ich. Ideal sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Sonst hat mein Nachbarin ihre Wände in hellblaue streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue ihnen, bin fest davon überzeugt, dass eine so professionelle Firma... Der kennt mich nicht. Kein Problem damit haben. Sollte schnell und kostenlos mit freundlichen Grüßen akzeptieren. Ja, man könnte nur überlegen, die Anlage tatsächlich an den Rechner zu machen. Nur dann müsste ich das ja alles über den Blue-Highplayer steuern. Weil die Boxen gehen ja in den Blue-Highplayer rein. Die können ja nicht in den Rechner rein. Und das ist mir wahrscheinlich zu viel Aufwand. Soll ich echt die ganzen Wände wegreißen? Soll ich echt die ganzen Wände wegreißen? Ich weiß ja nicht, was so richtig ist. Ja, aber das ist nur... Ich habe wie gesagt, diese 2.1 Anlage, die ist mega gut. Wie gesagt, könnte man überlegen, das alles ordentlich einzurichten, wenn ich umgezogen bin. Aber jetzt... Hier nix mehr... Hallo. Ich wollte aber überlegen, mir hier einen Kabelkanal zu ziehen. Und alles für die Kabel hinter dem PC. Aber... Also jetzt wäre es definitiv hier... Definitiv hier nichts mehr machen. Ich habe zwar schon so einen Stollen-Kleiterschrank. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Ikea. Der ist mega gut. Ein mega geiles Teil. Ähm... Steht unaufgebaut bei mir im Schlafzimmer. Weil ich nicht... Wie kann ich denn die Tür hier wegmachen? Geht die automatisch weg? Warte mal... Kann ich ja verkaufen, oder? Ah! Aber die Idee ist cool, was er hier vorhat. Stell ich grad fest. Weil ich die Wand hier aber noch ein bisschen lassen würde. Hier. Ich hab' ne Fähigkeitszerstörung. Also die Wand würde ich aber tatsächlich lassen. Vielleicht... Da würde ich nur einen Putz runter schlagen hier. Was, dass ich nicht ne Wand einreise, die ich gar nicht einreißen darf. Und hier würde ich ne halb hohe Wand lassen. So. Also natürlich gerade. Aber das will er ja nicht. Die Wand hier hätte ich gelassen. So. Nur in der Höhe, wie das Sofa ist. Und die Wand ist weg. Und die würde ich zum Beispiel hier lassen. Ähm... Wir machen meine Bruder, die ich mir dann hole. Machen wir euch schön, gell? Wir müssen ja noch Geld verdienen. Wir müssen ja noch Geld verdienen. Die sind nicht nur fürs Haus. Wir müssen ja auch dann noch Geld verdienen für... Äh, die Renommierung. Oh. So. Wartezimmer? Was? Schläfriges Blau. Oh, das Blau ist echt schön. Das Blau ist sogar... Ey, das Blau hab ich sogar hier an der Wand. Das, 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 das Blau. Das gleiche Blau wie da. Und da. Guck mal, das ist das gleiche Blau. Mach das doch nicht weg, das ist doch schön. Ey, das ist dann nicht das Neue, sondern das Alte hier. Was ich gerade überstreichle. Guck mal, das ist doch das... Überstreichle. Das ist doch das gleiche Blau, was ich hinten habe. Also... Oder... Willst du was anderes behaupten? Normalerweise würde ich hier Anthrazit dafür nehmen. Also, den letzten Beinen hatte ich immer Anthrazit dafür, aber da die Wand schon blau war, als ich eingezogen bin, habe ich geguckt, dass ich das gleiche Blau matche wie die Wand. Weil, wäre ja doof gewesen, jetzt zwei verschiedene Wände... Wäre ja doof gewesen, jetzt zwei verschiedene Wände... Ich sollte den Farbballon mit Farbe aus der Dose füllen. Boah... Das Spiel ist echt mega gut. ... Verwärts war das守点, aber ich reveere jetzt, ja... ahh... Dann fühle dich die Windigkeit an dasody und am besten. Du stehst einen Morton mit und einen Arztum- und egg Worldgang hat. dieser auftrag beenden ich bin doch nicht fertig 3000 verdienen wir dadurch ein bisschen wand weg machen ein bisschen das blau eigentlich schöner was mir gar nicht gefällt tatsächlich was ich auch nie mache das sieht man auch bei mir in der facecam da ich mag das nicht wenn die farbe direkt bis in die ecke geht klasse immer wenn ich was malere immer so ein klein also dann nehme ich breites kreppband klebe hier die ecke ab ziehe das wirklich schön mit der wasserwaage runter und nach oben ich mag das nicht wenn das direkt die farbe wie hier direkt in die ecke geht finde ich schön ist leider da gemacht das sieht total scheiße aus das sieht aus als ob die das nur mit dem pinsel gezogen hätte also die vormitterin hat das gemacht dass sie total kacke aus und ich habe hier die wand blau gemacht und die wand blau gemacht und das sieht richtig gut aus weißt du schön kreppband gezogen dann mit mit acryl mit weißer farbe nach nicht acryl ich habe mich mal grün genommen sondern weißer farbe mit pinsel nachgezogen das antrocknen lassen und dann drüber mit ordentlicher farbe die auch nicht so günstig ist aber da musst du nur einmal drüber gehen und dann sofort das kreppband abziehen und du hast richtig scharfe kanten das ist aber auch so ein baby blaues zimmer ja macht der profi ja das habe ich auch so profi maler ich glaube richtig gute maler machen das mittlerweile mit also so kanten und so was die kleben gar nicht mehr ab also du hast so eine kante mitten sowie hier ist hier da so aber so direkt in der ecke machen die einfach mit dem pinsel wenn ich mir das angucke das sieht aus als ob einer einen epileptischen anfall gehabt hatte beim zeichnen aber wie gesagt wenn wenn ich hier wohnen bleiben würde würde ich noch mal neu machen aber da ist alles blau und dann habe ich mir auch immer angewöhnt beim malern wenn ich dann die große fläche mache ich mache jetzt nicht hier dünn 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 immer so immer hier die reihe sondern ich fange dann zum beispiel hier an und gehe immer in richtung wo ich schon gemalert habe und übermal das immer dann hast du nämlich keine übergänge dann gehst du immer machst du hier so vielfarbe immer weniger weniger dann gehst du hier an vielfarbe weniger 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 und dann hast du das nämlich schön smooth wie lernst du noch was bei mir habe ja auch ein bildungsauftrag also malern kann ich umstände entsprechend einzeln was ich will hier keine wand rein eins was ich hasse ist tapizieren also das mache ich aus ungern also wenn ich hier in der wohnung wohnen bleiben würde dann würde ich aber auch im anfang im schlafzimmer einmal komplett die tapete runterholen und einmal komplett tapizieren weil das ist so eine billig tapete hier irgendwo da noch irgendwo vergessen da so alle aufgaben erfüllt cool 4000 verdient wir kommen unserem traumhaus immer näher so müssen aufträge machen aufträge 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 leute ich bitte um hilfe geld ist kein problem das höre ich doch gerne äh ich bin eine ältere person und vermiede schon seit jahren wohnung an studenten leider hat mich dieses jahr ein schreckliches unglück ich habe es mit der äußerst verdächtigen gesellschaft zu tun bekommen sie haben nicht rechtzeitig gezahlt also bin ich gekommen um zu prüfen was hier vor sich geht als die türe der wohnung geöffnet hat war mir als ob das herz im leib stehen geblieben ist das ganze ganze haus versaut auf dem boden überall bierdosen schlammflaschen selbst in der küche zufrieden auf dem boden gelegen und haben selbst sind in der küche zufrieden auf dem boden gelegen und haben haben gesoffen nach meiner warnung dass sie genau wenn ich gesagt haben sie gezahlt wie sich wieder raus stand haben sie einfach die heizkörper als altmetall verkauft ach du scheine meine guten alten möbel sind weg dazu haben sie wie es scheint die halbe müllhalte reingetragen und am ende haben sie noch die stirn gehabt die auszahlung der kaution zu fordern so was aufräumen und zu putzen wäre nichts von meinen nerven und noch für meine gesundheit bitte ja komm bestimmt gut geld so sieht es tatsächlich bei mir auch aus fast alter das wird ein großer auftrag für kriegt man dann dafür steht noch nicht da ok wenn man den neuen fertig projektspunkt bekommen aufräumen sie ist alle alle verunreinigt auf der mini web ist wichtig ja hier ist ja was zu tun muss man sagen dass man zimmer für zimmer machen oder schweine einfach nur schweine so irgendwo so hier trägt noch hier wenn man nicht hier 10.000 bekommen dann los ich das nicht Minimum 10.000 so so haben wir jetzt übrigens ein intro gebastelt für youtube voll professionell stunde lang gebraucht das lässt sich doch ich dachte das muss man nicht tapizieren ok so 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 Ich streiche mit der Farbe Weiß. Achso, wir sollen das jetzt noch streichen. Heiß wird das aber nicht, das wird mir ja so grau. Es macht ja irgendwie gerade mega Spaß, also wir sind jetzt anderthalb Stunden am Spielen. Ich wollte es eigentlich nur so ein Stündchen anspielen, aber irgendwie... Wir gucken mal, dass wir, also Ziel ist, eigenes Haus und das Haus renovieren. Das ist so Ziel, dafür brauchen wir Geld. 46.000 Hammer. Ich hoffe, dass wir hier so 10.000 zusammen bekommen. So ein kacke Stern in die Wohnung, ey. Das Haus. Naja, fertig, komm. Ich streiche doch 15.000. Aber gleich voll freundlicher, das ist das Zimmer, wenn... Mit einer Wand würde ich tatsächlich eigentlich schwarz lassen. Sieht doch cool aus. Wenn eine Wand so schwarz ist... Aber das will sie nicht. Wenn ich da alles neutral weiß. Dann kriegt sie das auch. Und das ist eher wie grau aussieht. Und das ist eher wie grau aussieht. Jetzt müssen wir einen anderen Raum noch weiß machen. Dann haben wir noch weiße Farbe übrig. So. Erste Schlafzimmer. Erledigt. Das da als Trecker? Ach, das wurde mir als Trecker gezeigt. Okay, erstes Zimmer erledigt. Gehe ich eigentlich, äh, Pfand, wenn ich das Glas zurückbringe? Ne, leider nicht wahrscheinlich. Ja, aber... Ah, der hat eine gute Party hier gefeiert, die Jungs. So, dann sauber machen. Brauchen wir nochmal einen schnelleren Putz. Oh. Hier ist noch irgendwo Schmutz. Da ist noch Schmutz. Da ist noch Schmutz. Reinigt ist hier... Achso. Das Fenster muss noch gereinigt werden. Das gehört natürlich noch dazu. Zum Service. Okay, dann fehlt noch eine Heizung. Okay. Sind... Ach, nicht falsch. Ist irgendwo noch Verunreinigung mit da oben. Okay. Sind... So, das ist auch beendet. Cool. Guck dir schnell. Muss ich nicht malern. Oh, jetzt ist... Erstmal... den ganzen Müll hier weg. Wenn du eine Person mit Kamerabe bekannst, du in deinem Allgemeinen schlöse Kala... ein Glasstück... Ach nein. Ich bin keine. Ich habe keine. Also, die anderen verscheucht. Nö, die... Der Drago ist noch da. Komm, wir machen erstmal den Flur. Ich mache erstmal Raum für Raum. Ich habe hier einen großen Auftrag. Echt schwierig hier. Ich habe... Lord Cookie, war es noch da, wo ich mir das Haus ange... am Computer angeguckt habe? Ich habe jetzt ein Ziel, welches Haus ich haben will. Dafür brauchen wir 64.000. Und ich habe ein cooles Haus. Das passt zu mir. Und dann brauchen wir natürlich noch Geld für die Renovierung. Ich brauche dann auch noch mehr Kaka lachen. Ich brauche das noch mal. Ich brauche das noch. Es wird ja nie etwas nach. Ich brauche das noch zu. Ich brauche das. Deswegen! Ich brauche das noch zu sein. Ich brauche das nach dem Tor. Ich brauche das. Ich brauche das Teil unseres. Ja, meins kostet 64 oder 68 oder so. Zeig ich dir gleich. Ich hab nur das Gefühl, dass wir hier nicht auf unsere, auf meine gehofften 12.000 kommen, äh 10.000 kommen. Ich hab ja gehofft, dass wir hier so 10.000 rauskriegen, weil das echt ein Großauftrag hier ist. Ist der Flur eigentlich fertig? Ne, der Flur ist nicht fertig. Direkt davor. Oh. Eieieiei. 97%. Wir sind erst bei 2.000. Ich will hier 10.000 draus haben. Ja komm, wir machen doch mal hier weiter. Ja, ich soll die Kakerlaken wegmachen, weil das Geräusch ist schon eklig. Ja, ich soll die Kakerlaken wegmachen, weil das Geräusch ist schon eklig. Was, ein Kakerlaken-Nest zerstört. Was ist mit dem hier? Aber ich muss, 5 von 6, 1 muss noch sein, irgendwo. Achso, weil die hier, die hier noch voll eingedacht. 6 von 6, okay. Das haben wir. Machen wir hier noch die Flaschen weg. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch putzen. Fangen wir hier in der Ecke an. Das könnte ich mir cool als Bude vorstellen hier. Also als richtige Bude. Was ist denn hier? Ist das in dem Zimmer hier drin? Gucken wir mal, wenn wir alle Räume durch haben, ob noch was übrig bleibt oder ob das in dem anderen Zimmer ist, ist die Heizung auch wieder weg. Das muss man so grob reinigen. Also wir sind schon bei 3.000. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Okay, nee, das ist in den anderen Räumen. Okay, mit Putzen sind wir durch. Dann stellen wir hier den Stuhl wieder hin. Dann machen wir hier die Heizung wieder ran. Putzen wir noch die Fenster und dann sind wir mit dem Wohnzimmer auch durch. Machen wir das kleine Zimmer da. So, Heizung ist auch dran. Dann putzen wir noch die Fenster. Ich will wieder was abreißen als nächstes. So, jetzt ist es fertig. Müll ist auch weg. Aufräumen. Ah, der kommt wieder. Ah, cool. Alles ein bisschen leichter. So, das ist auch. Heizung. Äh. Wir haben echt in jedem Raum die Heizung abgemacht. Ich habe gerade Spaß an dem Spiel. Das ist... Warum? So. Fenster reinigen muss auch noch. Oh, wir haben kurz noch Reiniger bekommen. Doch mal mit... Ja, aber ich habe es ja über Game Pass. Ich weiß nicht, ob da Mods funktionieren. Aber so einen Sternenzerstörer würde ich gerne putzen. Bist du einfach... Bist du einfach die Putzkraft, kriegst du den Auftrag, putzen sie den Todesstern. Da gab es eine Einweihungsparty, die lief ein bisschen aus dem Ruder. Dann sitzt du da, putzt das Ding... Ich weiß, das ist nicht realistisch, aber... Gut, was ist das denn überhaupt? Und putzt das Ding jahrelang. Bist gerade so fertig, weißt du, hast du gerade in einem Hangar den Müll aufgetürnt. Und so das Putzwasser aus dem Fenster rausgekippt... Aus dem Hangar rausgekippt. Und dann siehst du nur, wie die Rebellenflotte ankommt und den Todesstern schmutzig macht. Äh, schmutzig macht es kurz mal, sag ich schon. Wie die den Todesstern zerstört. Das wäre doch so geil, oder? Ich habe eine sehr komische Fantasie, ich weiß. Ne, ich glaube, mit Game Pass geht es nicht. Ähm, es sei denn natürlich, wenn du die Spiele... Äh, wenn du die Mods über Nexus-Mod oder so gibst. Dann geht es natürlich. Okay, Raum ist sauber. Fenster müssen gereinigt werden. Oh, wie gesagt, wir haben auch so einen größeren Fensterreiniger bekommen. Finde ich gut. Hier ist natürlich alles ein bisschen schneller. Wenn man es zu schnell macht, entstehen diese Streifen. Gras. Montiere die Geräte. Heizung, ja. Ja. Was auch sonst. Schlafzimmer ist auch. Dann... Aber es geht noch. Es geht noch. Ich will jetzt nicht ins Klo reingucken. Was ist da oben? Das ist doch ein Flur gewesen. Bei deinem Haus muss aber auch ein Klo ins Schlafzimmer. Warum das? Ich brauche doch kein Klo im Schlafzimmer. Komm, hier, die kriegt das Billigste. Na, brauche ich nicht. So was brauche ich nicht. Oh, kein Klo. Also, auf Toilette laufen kann ich noch. Außerdem muss ich nachts eher selten auf Toilette. Als ich jetzt die Chemo bekommen habe und so, weil, ähm, da ja so viel gespült wurde, da musste ich echt auch nachts jede Stunde aufs Klo rennen. Aber das hat genervt, ey. Wenn du nicht mal pennen konntest, weil dir wirklich... Lief ja auch nachts dann immer die Infusion. Alter, war das nervig, sag ich euch. So, Wieso Auftakt beenden? Wir haben doch hier noch ein bisschen was zu tun. Immer schön trinken, ja, ja. Ich trinke auch tatsächlich meine zwei, drei Liter am Tag, aber verschiedene Sachen. Jetzt habe ich ja den Apfelsaft bestellt. Ähm, ähm, ich trinke viel Wasser. Ich habe ja diese, diese, diese Wasserdinger hier. Ich trinke auch meine Pepsi Max, meine Sprite. Also ich trinke verschiedene Sachen. Ich setze mich jetzt nicht hin und trinke nur Wasser oder so. Die Nieren müssen tatsächlich gespült werden. Also ich muss wirklich tagsüber viel trinken. Aber gerade mit diesen Flaschen ist das extremst entspannt, Wasser zu trinken. Ich mache mir da immer eine voll und die steht dann die ganze Zeit auch neben Bett oder so. Und da bist du immer so dran gehalten. Das ist besser als ein Glas. Kann ich nur empfehlen. Die kosten 10 Euro, da ist ein Strohhalm drin. Ey, das, die sind super geil. Achtmal Werbung. Der arme Lot Cookie, ey. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. So, Heizkörper. Die Werbung hat sich aufgehangen, super. Aber Lotruis, es tut mir leid, dass du so viel Werbung hast. Aber danke, dass du trotzdem da bleibst. Ich schaue mir das nach dem Stream mal an, wo das Problem ist. Weil ich habe da nichts verstellt, ich schwöre. Ich schwöre. Da hat die Waschmaschine hin? Okay, da möchte ich. Ich nehme die Billige. Ich schwöre. So, das habe ich bei einer Waschmaschine noch nie gemacht. Ja, aber ich... Das Ding ist ja, ich habe ja nicht mal was von der Werbung, oder? Das geht doch alles an Twitch, weil ich kein Partner bin. Ich habe ja nicht mal Geld oder so. Sonst würde ich ja alle 8 Minuten 3 Werbungen für 3 Minuten einblenden. Was ist denn das? Was baue ich denn hier gerade? Transportseicherung waren das. Wieder frei. Also ich werde... Ich gehe mal davon aus, dass ich keinen Cent von der... Je kleiner der Streamer, je mehr die Werbungen. Geil. Das war die Transportseicherung, die wir da... Das ist ja aufwendig hier. So, Badezimmer ist auch beendet. So, dann kommen wir mal hier in das letzte Zimmer. Oder ist das das letzte Zimmer? Ich glaube, das ist das letzte Zimmer. Wo sind wir denn finanziell? Hier gerade bei 4.700. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Bonus. Das ist echt ein bisschen traurig. Für die Arbeit hier. Und ich habe ja auch Geld ausgegeben ohne Ende. Und ich gebe mir ja echt Mühe, alles zu erwischen. So, Fenster reinigen. Ja, aber wie gesagt, der kleine Streamer hat ja nichts von der Werbung. Ich meine... Was soll denn da kommen mit der Werbung, wenn einer sich die Werbung anguckt? 1 Cent oder so? Naja, wie gesagt, ich schaue mir das mal an, dass ich das Ganze ausschalte, weil... Ich würde ja gerne, dass die Werbung ganz raus ist. Eigentlich will ich ja nur, dass Lord Cookie endlich mal abonniert. Dann hat er keine Werbung mehr. Das ist nur der Zweck dahinter. Ich bin so lange zu nerven, bis er... sein Twitch Prime bei mir versenkt. So, 5.000 haben wir nur gekriegt. Die Hälfte von dem, was ich gedacht habe. Für so einen großen Auftrag. Ich kann gleich wieder im Flur kacken hier. Ich habe gedacht, es gibt 10.000 oder so. Lord Cookie noch da? Soll ich dir mal die Bude zeigen, die ich mir kaufen will? Ja, die hier. Ist doch geil, oder? Das ist doch geil. 64.000 hat zwei Etagen. Kann einer von euch noch einziehen? Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Caesar. Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Habe ich doch gar nicht. Ich hoffe, dass es... das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest es nicht... Musst mal real live machen. Was? Das kann man ja machen, dann, wenn ich umziehe. Ich hatte ja schon mal in meiner alten Wohnung hatte ich ja wie live die Regale aufgebaut. Dann kann ich ja wie live mal malern. Ich brauche natürlich dein Internet da. Das Haus. Ach komm, ich lese das jetzt nicht ewig vor. Du brauchst weniger zum Renovieren, da schon viele Möbel drin sind. Das sieht ja schick aus. Was wollte die? Scheiße. Ich hätte doch mal lesen sollen. Ich weiß nicht mehr, was sie will. Genau, Umzugsteams. Er kann ja jetzt alles machen, weil ich, äh... Also ich kann ja, habe jetzt un... begrenztes Internet. Auf dem Handy. Leider immer nur 5 Mbit. Also was ich natürlich gemacht habe, war ein Speedtest. verpflichtende Zitrone ist das. Das sieht eher aus wie... Kotze. Aber okay. Ich bin nur der... Handwerker. Kunde... Kunde ist bei mir König. Kunde ist bei mir König, Leute. Wenn wir die... die 68.000 oder was das war zusammen... oder 64.000 zusammen haben, werden wir das Haus gleich mal kaufen. Kleinen Puffer werde ich noch lassen, falls ich für einen Auftrag was kaufen muss. Und dann schauen wir uns das schon mal an. Und da können wir ja schon mal... zwischendurch immer mal hin und es können ja schon ein bisschen was machen. So Müll weg, sauber machen. Streichen. Ich mache dann für jeden von euch einen Raum. Der Drago kriegt einen Raum. Der Lord Cookie kriegt einen Raum. Was habe ich denn für Farbe? Scheiße. Schläfrig ist blau. Ich kaufe mal lieber einen mittleren Eimer. Na ja, gute Preise ist jetzt nicht... Es wäre ja geil, zum Beispiel, guck mal, schläfiges Blau haben wir vorhin schon gehabt. Da habe ich noch Farbe übrig gehabt. Wenn wir die Farbe hier jetzt wieder verwenden könnten. Das wäre geil. Bitte. Willst du ein Zimmer haben? Kriegst du. Kriegst du von mir ein Zimmer. Darfst du dann auch entscheiden, was für eine Farbe du haben willst? Was für Möbel du drin haben willst? Ihr kriegt... Genau, wir machen das. Ihr kriegt, äh... Ich richte euch... Wir haben sieben Zimmer in dem Haus. Ich richte euch... Wir machen eine WG. Aber, ähm... Ja, das wird nicht angezeigt, Lord Cookie. Sorry. Danke für das... Für den Abo. Ähm... Aber es wird nicht angezeigt. Du musst das erst noch bestätigen. Unten wahrscheinlich im Chat. Aber es wird bei mir weder im Chat angezeigt normalerweise, noch kam der Alarm, noch wird es bei mir im Aktivitäten-Feed angezeigt. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Du musst das teilen unten. Ja, ja, aber über... Über den Chat, wo du eingibst, da muss irgendwo teilen oder so stehen. Aber das Gute ist, du hast jetzt keine Werbung mehr. Dann hast du vielleicht in den Einstellungen... Ist die Farbe leer? Farbe ist leer. Dann hast du vielleicht in den Einstellungen so eingestellt... Ah, scheiße. Ähm... Dass es nicht geteilt wird. Also es wird bei mir nirgends angezeigt. Es kam kein Alarm. Normalerweise steht es im Chat. Und beim Aktivitäten-Feed wird es nicht angezeigt. Also, ich sehe jetzt anhand der Abo-Punkte, dass jemand abonniert hat, aber ich kann dir nicht... Ich sehe nicht, dass du das warst. Aber vielen, vielen Dank. Du durftest aber auch keine Werbung mehr haben. Ich hoffe, es war Twitch Prime. Drago, warst du mal wieder bei... Du hast mit dir mal empfohlen. Die Nienchen, oder wie die hieß, gell? Die hast du mir mal als Streamerin empfohlen. Warst du mal wieder bei der im Stream? In letzter Zeit und im letzten Monat? Ja. Also, hattest du mir die empfohlen gehabt? Die macht ja nur noch Musik, gell? Ah ja, die macht nur noch Musik. Und das ist leider nicht sehr gut. Und das ist leider nicht sehr gut. So, Batezimmer wollen sie... Also, die... Ich meine, sie übt das noch, ist klar. Aber... Ich will eigentlich nicht über andere lästern. Aber... Die sind super nette. Aber ich kann mir das nicht lange anhören. So ein deutsch vergisst es ein paar Mal einfach, ist mir immer... Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ist einfach die Musik aus. Also, vergisst ein neues Lied zu starten oder so. Die Übergänge... Und ich komme ja... Ich habe ja lange im Nachtleben gearbeitet, dass ich nicht als DJ... Also, da wird aber... Um zu wissen, was ist ein guter DJ... Immer gut angezogen seitdem. Muss nochmal kurz weg, bis gleich, Lord Cookie. Was meinst du, immer gut angezogen? Aber Gaming-Streams oder so, macht sie gar nicht mehr. Aber das sind so Sachen, die ich mir... Zum Video gewinne. Ja, okay. Aber das sind so Sachen, ähm... Wo ich zum Beispiel sagen würde... Ey, ich kann es nicht. Ich würde es jetzt aber auch nicht machen, um nur einen Viewer zu gewinnen. Ganz ehrlich, dann habe ich lieber 10 weniger. Ähm, oder... Keine. Als mich da jetzt hinzustellen und... Ja, du, Bär. Wer ist denn Bär? Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, ähm... Dass ich jetzt regelmäßig wieder streamen kann, dass das gesundheitlich funktioniert, weil ich manchmal vermisse es schon. Und dann muss man mal gucken, dass ich mich rantaste. Die Super-Streamer, die so ähnlichen Kramen spürt. Ah, okay. Ach, äh... Ach, hier die, die aus dem Osten da, die Musikerin. Ich hab ein Namensgedächtnis, das ist bei mir im Moment. Die auch auf Festivals und so. Nicht Anastasia, sondern die, die... Wer ist aus Hamburg? Oh Gott, wir klingen halt durch. Und ich muss, ähm... Ich hab jetzt gesagt, schon die Woche, wir werden die Woche einige Projekte beenden. Also, Lego wird definitiv die Woche beendet. Ähm, Borderlands wird die Woche beendet. Und dann schauen wir mal weiter. Ich will unbedingt Lego fertig machen. Schlafzimmer, haben wir. Rad ist nicht. Wir lassen mal die Türen offen, wo wir schon drin waren. Das ist der Eingang. Was ist das für ein Raum? Heller Pfirsich! Ach, Scheiße, den hätte ich eben nicht verkaufen sollen. Okay. Ach ja, und mein Objektiv, neues Objektiv für die Kamera ist endlich da. Mein Kabel, Verlängerungskabel, weil der Rechner steht ja... Da, dann muss ich ein 5 Meter Kabel für die Game Capture, also für die Capture, habe ich gekauft. Das ist da. Jetzt muss nur noch das Mikrofon von da nach da und dann kann man hier direkt Lego bauen. Spät ab und an mal mit Hardest Weft. Okay. Ja, mit Hardest muss man auch unbedingt wieder mehr zusammen machen. Ich bin mir so leid, der Junge. Das weiß ich. Dann werden wir erstmal die Razor Quest beenden, aber ich muss vorher dringend zum Optiker, ich brauche eine Brille. Also, äh... Ja, regelmäßig Lego. Obwohl das jetzt vom Umzug ein bisschen Kacke ist, da jetzt groß anzufangen. Ja, ich sehe immer, ähm, wenn ich, wenn ich, äh, Twitch aufmache, dass da viel Tarkov spielt. Tarkov interessiert mich gar nicht. Ähm, ich habe ja zwei Sets mir gerade bestellt. Die sind ja auf dem Weg zu mir. Ähm, die hängen jetzt noch gerade in... Also, eins ist schon in, in Belgien anbekommen. Kommen wir aus China. Und eins ist gerade, also laut... Es wird wahrscheinlich auch schon in Belgien sein, aber noch nicht, äh, übermittelt, dass es... Weil das ist am 15. hieß es, dass es Departured, also ab, ähm, irgendwie sowas... Abgeflogen ist in, in China. Ich habe mir mein absolutes Set, was ich mir schon immer kaufen wollte, was ich schon so geil finde, habe ich mir geholt mit 6.000 Steinen. War eben auch wieder 450 Euro für zwei Sets ausgegeben. Das Problem ist, dass der Euro immer mal so beschissen zum Dollar steht. Ich sollte erstmal keinen mehr kaufen. Weil dann habe ich erstmal genug. Gerade, wenn denn der Umzug ist... Boah, weißt du, was ich dann für Lego-Streams machen kann? Weil ich so viele Lego-Sets habe? Weißt du, was ich dann für Lego-Streams machen kann? Kann ich monatelang jeden Tag streamen. Gut, ich muss dann auch wieder arbeiten irgendwann. Ich könnte es jetzt auch schon machen, aber das Ding ist einfach... Ich muss mit den Teilen dann umziehen und dann aber nicht mal eben so um die Ecke, sondern wenn das mit dem Job klappt, den ich mir da vorstelle, mal eben mal 400 Kilometer. Da geht immer was kaputt. Letztes Mal ist mir der Todesstern da, der durchs Auto gepoltert, weil der stand auf dem Beifahrer-Sitz und dann musste ich eine Bremsung machen und dann ist der mir einmal so in den Fußraum reingehlt. Ist Gott sei Dank nicht kaputt. Ein paar Sachen sind abgefallen, aber Gott sei Dank ist er nicht kaputt gegangen. Ich finde jetzt aber immer noch aktuell Lego-Steine im Auto. Oh Mann, ich habe gerade wieder richtig gute Laune. Kann ich denn bei... Wird ja hier gerne... Also die Razor-Quest werden wir auf jeden Fall fertig machen. Dann wird als nächstes der Ecto-1 kommen, weil den habe ich jetzt schon sortiert. Dann wird es... Werde ich vielleicht gucken, dass ich den Quickie-Mark baue. Wie viel haben wir denn noch in eine Wand? Und da reicht eine kleine Eimer hier. Hoffentlich. Aber ja, wir haben schon 6.000 für ein bisschen Malern verdient. Ah, ich glaube die Farbe reicht nicht. Doch, sie reicht. Verkaufen. Okay, alle Aufgaben haben wir gefüllt. Wir sind fertig hier, ja? 6.300 haben wir verdient. Cool. Dann ab nach Hause. Und Cookie, dass man im Haus hat, dass du noch mitbekommen, oder? Was ich erzählt hatte. Wenn ich das Haus kaufe. Oh, das wird ja immer... Immer mehr. Ich bin gerade voll drin in dem Game. Ich bin gerade voll drin. 2,5 Stunden. Ich wollte das eigentlich nur eine Stunde anspielen. Ah! Zerstöre die Wände. Die Wand? Die? 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 ä! Die? Der Hades! Nicht der Hades. Der, der Rambruch hatte das mal gespielt. Gacht, da hab ich mir das mal angeguckt. Das weiß ich sogar. Oh. 7 von 14 das ist ja schon weg 123 verdient, weil ich den ihre Bob der Meister so, hier sind wir fertig im Flur so ach krass, jetzt müssen wir ja, ist auch dasselbe jetzt müssen wir Fliesen, fangen wir mal mit Bodenfliesen an ist das immer nur eine? ne, ok, Gott sei Dank das ging doch schnell so wann Keramikfliesen, frei da wird es auch endlich wieder selbst ja, sorry, dass ich mir Netflix kündigt habe aber ich habe es nicht mehr genutzt wie macht man das jetzt? ja ähm, hier kommt die Dusche hin, oder? ich würde sagen, dass wir um die Dusche und wie machen wir das denn? Fliesen Alter, es muss doch richtig Kohle geben hier komm, der kriegt aber jetzt kann ich den mir rechnen stellen ich würde sagen, dass ich den Duschbereich in den, in der Farbe mache das sieht doch cool aus, oder? ne, ich hatte gefragt, ob du, ähm Finklers gehört hast mit dem Haus was ich gesagt hatte ja alles für den Danke danke Gott Kopie unser Leben für den Hund jetzt kann ich da nicht, dahinter nicht fließen? doch ähm dass ihr dann euch Räume, ähm selbst wünschen könnt, wie ich das Haus einrichten soll so das ist doch schön, oder? und auch Fliesen ach, ich habe die Bodenfliesen doppelt gekauft ah, ich habe das falsch gemacht das sind die Bodenfliesen gewundert muss ich das ganze Bad ich will nicht das ganze Bad du kannst eine Toilette kaufen und hier montieren wir, wir kaufen mal eine Toilette also diese beruhigende Musik dazu ja, benutzen auch bei mir eine Seite Gaming andere, so eine entspannte Schlafecke ja, aber du kannst auch die Farben und so ähm, dich entscheiden also was du für Farben haben willst was für Fußbodenbelag du haben willst und so, das kannst du alles entscheiden komm, wir machen hier so ein fancy passt wahrscheinlich hier gar nicht rein ja, musst dir da überlegen ist ja noch ein bisschen hin wir brauchen ja erstmal 64.000, um das Haus zu kaufen also wie gesagt, ich werde das Haus dann kaufen und dann werden wir zwischendurch immer mal hingehen müssen wir dann trotzdem Aufträge weitermachen für die Renovierung und dann werde ich zwischendurch immer hingehen und schon mal putzen und äh und wenn wir da wieder ein bisschen Geld übrig haben können wir ja schon mal malen so, nach und nach richten wir uns das Haus ein das sieht doch cool aus, was wir schmecken Spiel da muss ich das ganze Bad fließen da muss ich das ganze Bad fließen oh, renovieren mit Doom-Mucke oh, renovieren mit Doom-Mucke ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist ja, ich hätte das jetzt nicht so gern gehabt ich hätte am besten hier so aber ich muss wahrscheinlich das ganze Bad damit machen 30 Prozent ja, ich muss das ganze Bad fließen das ist ja doof das ist ja doof ist doch viel schöner so ja, okay Hi Vincent Vincent, du brauchst mal eine andere Farbe du hast die gleiche Farbe wie Lord Cookie jetzt wo hier vorne noch das gleiche was die gleiche Symbol hat so ja, ist doof ich hätte gerne nur die Wand hier gemacht die im Nassbereich Vincent, möchtest du auch dein eigenes Zimmer in meinem Haus haben also noch so ein paar Zimmer verfügbar ich kaufe mir dann, ähm, später ein Haus und da kriegt jeder das Thema hatten wir, glaube ich, schon ja, das Thema hatten wir schon ich kann es nur immer ja, selbst wäre ich ein Zimmer da kannst du aber auch selbst entscheiden wie das eingerichtet werden soll also mit Farben und Fußboden die Dackel-WG, genau dein Nightbot musst du mal fixen welchen? oh, jetzt muss ich nochmal Fliesen kaufen, ey das ist doch nervig das ist doof ich hätte gerne nur die Wand hier gemacht ja, ich weiß ja, ich weiß in den Comments ich weiß ich muss das mal dringend machen aber ey, warte mal sind das doch Wandfliesen gewesen ja, aber Lila, willst du das wirklich Lila haben? na gut, ist deine Entscheidung aber wie kacke sehen denn die Fliesen aus? ne, die macht man nicht ah, nein, ich will keine Wand bauen ne, die sehen kacke aus sorry hier äh, nein hab ich jetzt noch ach, jetzt hab ich die noch in der Hand, ey ach, scheiß drauf ist mir jetzt egal wo sie nicht wohnen ein paar Akzente drin das hätte ich nicht gemacht, ich hätte nur die die Wand hier gemacht hier aber das komplette Bad in Fliesen das ist bei dem bis oben hin aber der will das ich bin grad bei 80% der will das so wir können das hier wieder drüber machen ja, okay will wahrscheinlich auch hier im Fensterbereich Fliesen haben Hörfertigkeitskopf Verputzer gibt doch gute ja, aber die wollen die ja so weißt du, wisst ihr, das sind ähm, wenn die das so wollen ja, die wollen tatsächlich überall die Fliesen hin haben kein Wunder, dass sie wundert mich ja, dass sie das nicht auch an die Decke wollen jawohl, so wenn da so das ganze Zimmer, das geht das ganze Bad also ich hätte tatsächlich hier die Wand bis hier gemacht hätte das hier so den Bereich hier gemacht bis hier hin geile LED ähm und den Rest hätte ich so rau verputzt also wenn es mein Bad wäre so Loth Cookie hat seine Farbe geändert das ist super ähm also wenn es mein mein Bad wäre und dann hätte ich hier so rau verputzt also nicht äh sondern so ein bisschen mit Struktur dass das so ein bisschen industrial aussieht so die sind aber noch nicht ei 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 reizvoller Lavendel und heller Lavendel okay nein, keine Fliesen nein, keine Fliesen ja, dann kannst du ja lila behalten das ist gut, ja so komm, wir haben noch Farbe übrig hier noch hier noch hier noch hier noch Co und dann die Musik dazu, die ganze Zeit und so jetzt gibt es noch Hella Lavendel Der Beauftrag ist noch nicht zu Ende. Wir könnten jetzt beenden, aber ich will jetzt 100% machen, damit ich Kohle kriege. Wir haben jetzt schon 6000. Ich glaube, wir könnten uns ja sogar das Haupt... Nee, 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 es wird noch nichts. Wir müssen noch einen Auftrag machen. Ups, es geht jetzt schneller. Ich hätte eigentlich den anderen Eimer Farbe wirklich verschwenden können, also komplett verbrauchen können. Überall und dann den Rest dann wieder nochmal einen kleinen Eimer, hätte man ein bisschen Geld gespart, aber egal. Ich glaube, wir kommen mit dem Eimer hier nicht hin. Er wäre besser gewesen, als wieder zu verkaufen. 10 Dollar. Scheiß drauf. Vom Maler zum Millionär, ja. Das Haus wird so cool, Leute. Das Haus wird so cool. Das Haus wird so cool. Ja, das ist das Kacke, was ich gemacht habe. War dumm, aber ist egal. Dafür kennt man welcher. Der Eimer ist, glaube ich, gleich leer. Im kleinen Eimer muss ich ihn nochmal kaufen. Ich glaube, ich muss den Schrank gleich... Ja, kleinen Eimer muss ich kaufen. Ach, Mann, ich hätte... Mein neues verkauft man ja dann die Häuser, aber du kannst auch daraus dein Büro machen. Ach, krass, okay. Also soll man erstmal... Ein Haus kaufen, das komplett renovieren und dann verkaufen, damit wir mehr Kohle haben. Oder gleich das Haus kaufen. Weil das... Unser Haus, unser Community Haus, will ich natürlich nicht verkaufen. Weil das geht. Ja, wir gucken, dass wir das billigste Haus kaufen. Das komplett renovieren. Verkaufen. Müssen wir ja gut Kohle kriegen, oder? Kann man das irgendwie steigern? Ähm, dass man dann mehr Geld pro Haus verkauft bekommt. Ach, die können die Schränke hier selber zurückräumen. Den Raum haben wir. Wir müssen die Tür mal offen lassen. Den Raum haben wir. Was wollen wir hier? Hier wollen sie gar nichts. Das ist die gleiche Hausaufteilung. Hier wollen sie auch nichts. Aber der Auftrag ist ja noch nicht beendet. Flur ist beendet. Hier. Himmlisches Blau. Man muss die Vorlieben der Kunden treffen. Und wird mir das irgendwo angezeigt dann? Nee, okay. Schade. Ja. Kann man dann auch Minus machen? Dass wenn ich ein Haus kaufe und da Geld in die Renovierung reinstecke. Und dann hinterher weniger Geld kriege, als ich es da reingesteckt habe insgesamt. Wenn ich alles pink mache, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger Geld kriege, groß. Ja, wir überlegen uns das mal gleich. Wir gucken erstmal, dass wir die Kohle zusammenkriegen. Wir wollen ein Haus. Ein billiges Haus könnte man jetzt schon kaufen. Das hat ja nur 30.000 oder so gekostet. Oh, ich hab Hunger. Schön beim Malern ins Bett rein. So eine Farbe würde ich zum Beispiel auch nie in meinem Schlafzimmer machen. Ich würde... Also... In mein nächstes Schlafzimmer kommt einfach ein schönes dunkles Cappuccino an die Wand, hinters Bett. So wie hier. Oder ein schönes dunkles Grau. Dann probieren wir das mal. Dann will ich das nämlich mal ausprobieren, dass wir erstmal ein billiges Haus kaufen, das komplett renovieren und verkaufen. Mal gucken, ob wir da mehr Kohle raus haben. Dann machen wir das mal gleich mal. Oh, da müsstest du vielleicht auf den Geschäftsmann hinarbeiten. Er will ein Minimum an Haus. Okay. Wir gucken mal gleich. Gucken mal nach dem Auftrag. Verdienen wir gerade gut Geld. Ey, 7.000 schon. Wir haben auch beendet. Verkauf mal wieder. Das ist aber auch beendet. Das ist hier. Hier ist auch nichts. Hier ist schläfiges Blau. Nein. Sie alle mit Blau haben hier. Wenn du was falsch kriegst, was siehst du dann an der Seite der Top-Kunden? Okay, das müssen wir dann mal in Ruhe machen. Das ist zu viel Information gerade wieder für mich. Also machen wir das erstmal gleich, dass wir einfach das billigste Haus kaufen. Das schön herrichten. Das Geld musst du ja reichen dafür. Ein bisschen streichen. Müll raus. Müll raus. Müll raus. Müll raus. Müll raus. Müll raus. ... Bad schön machen. Wir sind schon bei fast 8.000. dein lieblingsfarbe weil ich meine ja blau ist hier gewünscht kann ich mich nicht kann ich nicht ändern einrichten montieren und co ja ja wir gucken mal was da zu erledigen ist fangen erst mal klein an das blau finde ich aber auch ein bisschen zu hell hier würde ich es vielleicht auch nicht bei mir mal nehmen ja wir gucken mal wir wollen wir machen das spiel gerade spaß jetzt wahrscheinlich nie wieder anfassen verkaufte an rentner montana black wir sind ja gleich fertig guck mal 8200 dollar muss natürlich auch gucken was man reinsteckt wenn man natürlich oder ist hinterher ist der profit nachdem was man reingesteckt hat irgendwo habe ich noch nicht da so auftrag erfüllt 8400 ja ich habe eine alternativfrage gestellt laut cookie ja antwort mit glück befürchtet sich alles klar danke so so temperatur wir haben in einigen teilen des counties ist sehr kalt so müssen wir haben jetzt heizkörper freigeschaltet dann müssen wir das noch mal bauen wie gesagt ich will der große aufnahme noch mal die doch nicht vielleicht so groß aber die muss zwei mal drei mit ist es sein ok das hat noch mal an muss mir das ist zweimal drei sein aber alles so kacke Das war's für heute. Aber was brauchen wir noch? Okay, super. Und dann müssen wir natürlich Assistenten einstellen. So, machen wir gleich mal die Arztpraxis hier hin. Sammeln Sie spaßige Snacks mit Morselman. Wem werden Sie finden? Die kleine Susi salzig, Papa Bacon, Pfarrer Cheddar, Morselman. Spaß in der Hand, Geschmack im Mund. Mehr Two Point immer wieder. Das ist Radio Two Point. Okay. Dann müssen wir einen Arzt einstellen. Jetzt haben wir ja aktuell noch. Anmerkung ans Personal. Bitte unterlassen Sie jegliche Schwächen und Mängel. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Oh. Das Ding ist verkehrt rum. Ähm. Aber er hat alles noch abgeleitet mit seiner Diagnose. Ähm. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier was. Egal. Ähm. WC-Warzen. Der braucht eine Apotheke. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier Hüpp und hier machen wir Whippen. Apotheke. Auch ein geiles Deutsch. Hier machen wir Hüppen und da machen wir Whippen. Da die immer frieren müssen wir jetzt in jedes Zimmer. So. Kommt, dass noch die Poster klappt. Klatschen wir hier noch. Ähm. Müssen wir in jedes Zimmer. Ich bin so ein richtig neugieriger Nachbar ey. Ich sehe, da höre, dass da draußen, wenn was abgeht, muss ich sofort immer ein Fenster hängen. Letztes haben wir welche auf der Mülltonne fast gefickt. Oh. Oh. So. Objekte. Bank. Ja, du lachst. Ist das wirklich so. Tifu. Tifu. Ja. Tifu. 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 Ja. Ist doch nicht kalt. Okay. Ähm. Tifu. 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 Warum denn Hausmeister? Der ist gut. Kann man gleich... Was ist mit dem? Okay, warte, wir machen mal ein weiteres Diagnosezimmer. Heizkörper auf jeden Fall rein, hier ist er kalt. Und da stellen wir noch einen Krankenpfleger ein. Wir müssen schnellstmöglich auf Ausbildung gehen, ey. Warte mal, wie viel haben wir denn? 100? Gerade habe ich entdeckt, dass die Heizung durch salzige Snacks sabotiert wurde. Kein Wunder, dass sie nicht mehr funktioniert. Das ist vermutlich das Werk dieses unhygienischen Anarchisten Harrison Wolff. Ich werde ihm eine gepfefferte Notiz hinterlassen. Das verspreche ich Ihnen. Kein Schabernack, bitte. Terminarztprax, also die... Ähm, dann machen wir mal hier. Weiterbildung. Ne, das ist, äh... Bitte? Äh, Weiterbildung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mackenschränke. Abfalleimer. Heizkörper natürlich, weil die immer alle frieren hier. Pflanze. Komm hier. Was zur Beugung. Poster Erleuchtung. Poster Klaunerei. Sonic Poster. Alter. Wir möchten unsere Patienten daran erinnern, dass wir sie jederzeit gerne wieder willkommen heißen. So. Wieso frierst du? Da ist ein Heizkörper. Kannst nicht frieren. So, installieren wir ein Upgrade. Dann sind wir nämlich schon... Kriegen wir die Forschungslizenz und dann können wir nämlich ausbilden. Dann machen wir einen Arzt erst mal auf Diagnose. Den wir dann hier reinsetzen. Guck mal, die brauchen noch auf jeden Fall... ...einen Pausenraum. ...kurz mal anhalten hier. Apotheke, okay. Ja, die wird gerade abgekältet, aber dürfte gleich fertig sein. Ich vergesse zu streichen. Was ist das denn jetzt für Musik? Äh, hallo, ich bin Harrison Wolff und begrüße euch bei Radio Two Point zu einer Sondersendung. Sie wird präsentiert von den Bunger Kids. Tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitswesen... ...hört jetzt erst mal etwas Musik, während ich nachsehe, wo dieses Geräusch herkommt. Okay. Tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitswesen von Two Point hat uns gerade eine Forschungslizenz erteilt. Dadurch können wir in jedem unserer Krankenhäuser neue Maschinen abgrenzen und mehr erforschen. Mein Forschungsprojekt zu starten, benötigen wir ein Forschungszimmer und einen Arzt mit Forschungsausbildung. Auch wenn die Diagnose und Behandlung kann zu einer Forschung beitragen. Okay. Forschung frei geschaltet. Reiseauskunft. Die Busse zum Krankenhaus erwarten ein höheres Passagieraufkommen als die Busse auf dem Rückweg. Ich muss mal kurz... Forscher brauchen immer viel Stauraum, Feuerlöcher, weil die Geräte drin sind, Heizkörper, weil sie natürlich immer frieren. Bilder, ein Arzt und Forschung aus. Okay, dann stellen wir mal einen ein. Einstellen. Forschung. Fügbare Ausbilder? Wir müssen einen externen nehmen. Okay, wir müssen aufpassen, das Geld ist gerade ein bisschen... Um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke ich entweder auf die Forschungsstützung oder setze einen geeigneten Forscher im Zimmer ab. Auf den Forschungs... Kannst du auf die Liste... Okay. Sobald ein Projekt begonnen hat, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt dann mit seiner Forschung zum Projekt bei. Forschungserkennnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckung. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und dann in einem anderen Krankenhaus... Ah, cool. Also nur hier draufklicken. Ah, okay. Okay. Gut, dann bilden wir den erstmal hier aus, natürlich. Was geht hier? Sind wir alle glückliche, kleine Fonsi? Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Nein. Macht gerade keinen Sinn. Ja gut, du bist... Ich weiß nicht warum. Erfolgsschein sind wir 56%. Ja, aber mehr kann ich Diagnostik nicht für die machen. Wenn es zu viel wird, setzen wir hier noch ein zweites... Das rüber und setzen wir hier noch ein zweites hin. Eine Toilette bräuchten wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen eine Toilette. Das ist natürlich doof, wir setzen mal die Toilette dann hin. Im Hintergrund hört man übrigens gerade wieder... Es ist 19 Uhr. Danke, das Gebimmel hat aufgehört. Ich bin nicht so glücklich drüber, aber wir haben auch kaum einen Wartebereich hier. Hier soll aber nur so Diagnostik sein. Das ist ein Superkinderprogramm auf Radio Two Point. Als erstes also mal eine runde Hinterliste-Gewerbung für die ganz Kleinen. In Cheesy Gabbins ist genauso viel Milch drin wie in Milch. Hört sich nicht so an, als könnte das stimmen. Aber wen interessiert das schon? Hier ist doch ein Diagnosezimmer, der kann doch hier rein. Wie sieht es denn hier mit der Forschungsweiterbildung aus? Er hört, dauert noch ein bisschen. Warum geht der nicht hier rein? Oh komm, lass dich mal behandeln, mir scheiße. Ja, wir brauchen mehr Heizkörper, den ist hier überall zu kalt. Na ja, den ist überall zu kalt hier. Ähm... Wir möchten unsere Patienten über eine erinnern, dass wir sie jederzeit gerne wieder willkommen heißen. Ich kann jetzt nicht weiterbilden, weil ich es schon gerade weiterbildern muss. In Standhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Na, mach doch mal deinen Job hier. Ja, 82 Prozent ist besser als 50 Prozent. Wir müssen weitere Diagnose zum Beispiel... Okay, nochmal folgendes kurz bearbeiten. Das darüber. Und das kopieren. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Okay, super. Gehst du mal gleich hier rein. Ähm... Forschungsprojekt Farbtherapie. Wir starten. Und wir bilden mal gleich... Jetzt weiterbilden. Wer ist denn er? Medizinstudent. In Diagnostik aus. Klasse starten. Hey, Lord Cookie. Also morgen dann Hausflipper und Rot. Ja, auf jeden Fall Hausflipper. Ich will das endlich machen. Warum geht er denn jetzt von der... Ich hab doch... Was ist denn mit ihm? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Dann rute ich erst mal aus. Ne. Nein. Nein, das war ein Fehler. Oh. Na komm, rute ich erst mal aus. Weiterbildung. Ist die Weiterbildung schon abgeschlossen? Das ist nicht schnell. Dann machen wir gleich noch mal. Diagnostik... Ne, die ist noch nicht abgeschlossen. Die ist abgebrochen. Ich weiß, dass die alle... So, jetzt wollen wir mal über meine ersten und liebsten Erinnerungen an Zeichentrickserien reden. Ich bin immer früh aufgestanden. Hatte ich auch angespielt. Spätestens, wo wir alle verreckt sind, hatte ich keinen Bock mehr. Ich spiel's morgen mal an. Lustigen, abstrakten Figuren anzuschauen. Die erlebten so einige Hindernisse und Unfälle. Aber sie hielten immer zusammen. Erst Jahre später habe ich bemerkt, dass der kleine Wolf sich da das Signalrauschen angeschaut hatte. Na, was für den einen weißes Rauschen ist, kann für jemand anderen Unterhaltung sein. Merkt euch das. Ähm, warte mal... Machen wir hier noch eine Bankbänke hin. Wo ist denn die Pflegekraft hier? Die macht Pause. Ja, dann braucht man mittlerweile eine zweite... Dann können wir den nämlich als nächstes dann auch ausbilden. Ach so, wo alle verreckt sind. Ich dachte bei... Bei Roadsekt 96. Ja, ich hab's schon mal gespielt. Also tatsächlich, Ewigkeiten her. Und hab alles auf drei Sterne gemacht. Die Mitglieder, die sind Barbershop-Quartetts. Glauben, fälschen weiter, sie sich bald auf ein riesen Stadionbrücke. Sie haben nicht mal Ersatzkräfte. Für die Frisorggeschäfte, ihre Familien wollen sie nun wegen Rock'n'Rollitis behandeln. Aber wirkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Herausforderung, Heile 7. Nein, auf keinen Fall. Weil ich habe... Krieg keinen Psychologen ran. Machen wir nicht. Ist nur... Ist nur schlecht für mein Image. Und ich krieg noch keinen Psychologen ran. Wir müssen einen Arzt dann erst mal auf Psychologie ausbilden. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy Scans verlangt. Komm, dann machen wir noch einen Hausmeister. Hier, das ist auch so... Oh! 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 Das läuft hier, das läuft. Wir haben was terminiert, dann terminieren, dann wieder terminieren. Was ist da los? Hast du da los? Ich kann doch nicht mehr mit. Was ist das für jede Menge? Okay, der braucht einen. Ich hab mir fast gedacht, dass das mal irgendwann kommt. Halten wir mal kurz an, da braucht es eine Station. Wir hätten das ein bisschen größer ziehen können, aber ist mir jetzt auch egal. Wenn ich erst im Urlaub bin, müsste ich das mal wieder anfangen. Auf jeden Fall, macht Spaß. Aber im August kommt Two Point Campus raus. Mal so am Rande. Gleicher Stil. Aber... Ach, ein Bett war ungültig. Aber als Uni. Deswegen wollte ich das jetzt im Vorfeld nochmal durchspielen. Gibt es auch einen Game Pass zum Release. Ja, ich weiß nicht. Da. Ja, ich weiß nicht. Das eben als Uni. Es wird bestimmt echt crazy. Crazy. So. Dann können wir mal... Ja, befördern. Den nächsten ausbilden. Dich will ich auch in Diagnostik ausbilden. Dich will ich auch in Diagnostik ausbilden. Das können wir mit unserem Assistenzarzt machen. Da müssen wir nicht Geld ausgeben. Die bleiben dann auch immer in ihren Räumen. Die bleiben dann auch immer in ihren Räumen. Also die werde ich dann so, ähm... Test eins, zwei. Hat das funktioniert? Kann ich... Wo konnte ich denn das nochmal machen? Pause einlegen. Gehalt prüfen. Jobs. Ich will den zum Beispiel... Äh... Kann ich gar nicht? Ah ne, was mach ich denn? Forschungsprojekt abgeschlossen. Ja, warte mal. Arztpraxis erlauben. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Es ist doch einer. Heile einen Patienten in Farbtherapie. Ist das jetzt ein neues Zimmer? Farbtherapie. 4 x 3. Ah man, dieses... Ich muss mal... Ich will mal gucken... Ähm... Da kannst du bestimmt auch lustige... Lustige... Ähm... Schulfächer... Machen und so. Also... Ich will mal... Es interessiert mich echt, wie die das gelöst haben. Ja, wie das System da ist. Was hat der Innenwand? Ich will doch kein Fenster. Ich will ein Fenster nach draußen. Nein, wir brauchen erstmal keinen Kredit. Okay. Ich habe nur vier gebaut. Ja, wie gesagt, kommt Anfang August oder so raus. Bye. Wir brauchen den da. Die Treppnot an. Ah, wir brauchen den da. Wir brauchen den da... Wir brauchen den da. nachts 0 uhr gleichen 0 uhr weißt du 0 1 sitze ich am rechner habe ich früher gemacht als ich noch hauptsächlich gespielt habe und nicht gestreamt habe ich da wirklich 0 uhr 1 am rechner gesessen und wenn ich um 7 oder 8 auf arbeit musste habe schnell zwei folgen aufgenommen damit die folgen schnell online gehen schwachsinn wo haben wir denn jetzt einen patienten mit farbtherapie warum läuft der geschäftsführer des anderen wie ein clown weiterbildung abgeschlossen so und du machst jetzt folgendes du wirst nur in den station arbeiten so du wirst nur in der diagnose arbeiten oh nein jetzt muss ich ich will kein so jetzt weiterbilden apotheken verwaltung da muss wieder ein extern nehmen jetzt bin ich aber fast pleite aber ich brauche einen patienten mit farbtherapie nein habe ich gerade nein auf der suche nach spiel und spaß für die ganze familie na klar besuchen sie den zoo von grockel bay ich hab's gewählstet und bewundern sie klammeraffen also luftschlagen es wird schon ein paar leute und reiswölfe was grockel bay zoo fast keine todesfälle in über zweieinhalb wochen 24 stunden am tag das ist radio tupol das sind leute heilen wir brauchen kohle ich will keinen kredit aufnehmen ich hab so viel gebaut juhu wollen wir 9000 plus machen jetzt kam wieder in standhaltungsdurchsage pflanzen benötigen wasser das habe ich natürlich gerade übelst gewastet ich hatte hier die ganze zeit rumzulaufen mach doch einfach mal pause das ist ja obernervig es ist die frage ich kann kein helles köpfchen ich kann mir da gerade nicht leisten da was zu bauen geht das hier oder muss der dafür was lernen mehrere apothekenpatienten wurden hilflos zurückgelassen nachdem ein krankenhaus von bergermette sich über nacht in luft auflöst das übernötigen weiterband dann sollten wir sie erfolgreich werden wir uns eine bildung wollen wir die patienten aufnehmen heile apotheke im krankenhärer von patienten treffen jetzt an der apotheke ein ähm ähm äh äh finanziell sind wir was war das denn ach ein rubschrauber wir haben doch irgendeinen pfleger ja das ist Diagnostik ne ich will nicht dass du hier rein gehst man sie soll da rein tschüss ähm tschüss ähm jetzt wirds grad ein bisschen unübersichtlich hier tschüss jetzt wirds grad ein bisschen mir fehlen Pflege also ich geh patient ist abgenippelt ja was passiert schaffe neunzig Tage ohne Todesfeier äh ach die sie machen alle pause die schlawiner Ey, das geht mir da ja richtig auf den Pisser gerade. Die Frage ist, die es mir gerade stellt, warum... Danke für den Spiele, ich bin jetzt mit dem Kumpel Dein Leidl alt, weil wir den zwei ja nicht kaufen. Okay. Bei Bangle Kids gibt es jede Menge nette Unterhaltung für alle Altersgruppen. Ich bin gerade... Aber man lernt auch was dabei. Das Wort dafür ist wohl Parabel. Hey, das hört sich lustig an. Ich habe hier ganz viele Farblehre. Parabel. Ich habe heute also gelernt, dass Parabel sich lustig anhört. Da ist der Nächste gestorben. Ähm, warte mal. Krankenpfleger. Aber braucht der Krankenpfleger eine Spezialisierung? Komm, wir bilden mal einen Krankenpfleger. Nee, das kann ich nicht ausbilden. Betägenverwaltung, Spritzenverwaltung. Hä? Warte mal, ich bin gerade ein bisschen lust. Warum? Aber, sorry, den einer kann man nicht nochmal kommen. Das ist schade. Warum, ähm... Braucht der... Aber der braucht doch keine spezielle Ausbildung. Das geht doch gar nicht. Warum gehen die... Die hier... Die... Die Farblosen... Aber die haben... Die haben doch keine... Okay. 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 Anmerkung ans Personal. Bitte entspannen Sie sich endlich. Ja, Entleuchtungsklinik können wir jetzt bauen. Ich blick bei dieser Farbgeschichte noch nicht so ganz deutsch. Jo, bis später. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Personal. Personal. Drei. Brauchen tun wir zwei in der Diagnostik. Rennt irgendwo ein Arzt rum. Ach, der ist in der Forschung tätig. Und hier sind Warteschlange vier. Warteschlange zwei. Dann müssen wir einen Arzt einstellen. Ich schaffe neunzig Tage ohne einen Todesfall. Du dumm. 28 geschafft. 29. Das schaffen wir auch irgendwie nicht. Die Prüfung steht bevor. Äh, läuft nicht so gut gerade. Ja, sag ich ja. Fick dich. Krieg mal hin. Ähm. Was ist denn? Angst vor Geistern. Achso. Ah, kann ich manuell da? Nee, hä? Aber ich hab doch einen mit Geisterjäger. Der ist doch Geisterjäger. Wo macht der nix hier? Ah, jetzt hat er. Ausreichend viele Patienten von der Gruppe gewährt. Zwei von vier. Okay, die brauchen also keine Schmuddelsohlen. Füße, diese Schmuddelsohlen, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleute. Ja, ich würde gerne weiterbilden. Ach guck, wir haben schon die 36.000. Ähm. Wo willst du denn gerade hin? Du kriegst gerade Entleuchtung. Warteschlange zwei, Warteschlange fünf. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Kohle rein. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Ja, der muss Pause machen gerade. Musst uns langsam mal drauf achten, dass die Ärzte... Ach nein, was habe ich gemacht? Ich bin ein dummer Mensch. Ich bin ein dummer Mensch. Du hast dumme Sachen gemacht, ja. Aber wir haben einen Patienten in Farbtherapie geheilt, so wie es aussieht. Hey, wir haben hier so viel Spaß. Hier ist eine Nachricht vom kleinen Jiminy Brown Shorts. Mal sehen, was er zu sagen hat. Lieber Herr, das war ein Leuchtungsklinik. Was wolltest du mal werden, als du noch klein warst? Aber wir haben doch hier eben einen geheilt. Also, Jiminy. Als ich noch klein war, wollte ich Leuchtturmwärter werden. Die wissen immer, was los ist. Leider habe ich mich mit Treppen immer schwer getan. Ja, ich muss warten, ähm, Lord Cookie. Weil, ähm, die Unterhalt von den Leuten kostet ja auch Geld. Ich will ein bisschen ein Polster aufbauen. Warteschlange 1. Warteschlange 4. Warteschlange 3. Warteschlange 4. Ich müsste eigentlich davon noch ein Zimmer bauen. Warteschlange 5. Ähm, hier bilde ich ja gerade einen Arzt aus in Allgemeinmedizin. Aber ich verstehe das mit der Farbtherapie nicht. Warum gehst du hier rein? Ach, das nervt doch immer, dass die... Ach nee, du bist, äh... Pflegeschüler arbeitet in Farbtherapie. Jetzt kommt einer rein. Oder war eben vorhin die Behandlung ja voll falsch? Wir bitten Sie bei verdächtigen Gerüchen das Formular 3.7b auszufüllen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja. 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 Nicht erfolgreich. Aber der ist doch nicht bunt mehr. Ich verstehe es nicht. Da steht auch ein Farbloser. Der müsste eigentlich hier rein. Ich habe nun die besondere Ehre, hier bei Bungle Kids den neuesten Charakter, Schrägstrich Snack, der Morselman-Familie ankündigen zu dürfen. Darf ich vorstellen? Sean Cocktail. Mir ist nicht so ganz klar, was ich hier ankündige oder worum es geht. Aber ich finde es trotzdem unglaublich aufregend. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Es ist ein schlechtes Ding, die einschränkt. Es ist nicht so ein Perfekt, denn ein Schrägverdächer sollte sich jetzt einem Kassel-Kannelsfall hinbekommen. Letztes, bitte. Ich rede das auch. Nicht so. Nicht so. Die Forschungsabteilung ist okay. Die... Der macht gerade Pause, was ist mit dir? Ach scheiße, dich hätte ich da auch mit reinsetzen können. Ah ne, ich kann Allgemeinmedizin nicht lernen. So, wir müssen denen mal ihren Drops angepasst. Das ist was wir im Griff kriegen hier. Wenn wir mit der Ausbildung durch sind, machen wir mal einen auf, äh... Machen wir mal einen hier für die Pille. Das Problem ist, dass du sonst kriegst du ja schon ausgebildete Leute. Das Geld geht hoch. Das Personal wird gebeten, die ihm zugeteilte Kleidung zu tragen. Das ist doch ein Heizkörper, warum frierst du? Oh, eine Gruppe Clowns ist wahnsinnig... Ne, kann ich auch nicht. Ne, doch, kann ich. Da brauche ich keine Psychologen führen. Ähm... Warte mal, ich muss das mal weg hier klicken. Wo war das jetzt? Ähm, Zimmer. Ja, komm. Ne, wir lassen nochmal bei 4x4. Ja, es ist so das Schönste... Ähm... Finde ich. Tanzen bis ins Koma. Hm. Komm hier, Clownstherapie kriegt mal sowas mit rein. Und natürlich Clownerei-Booster. Okay, Stufe. Und ich brauche das Zimmer... Krankenpfleger. Macht Pause. Sucht nach Arbeit. Oh. Okay, und dann will ich mal kurz... Hier... Passt das? Ja. Snackautomat. Das hat keinerlei Einfluss. ? Die dritte. Das hat jeder sein. Das hat jeder sein. Das hat jeder password. Das hat jeder sein. Das hat jeder seinen. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik, bitte. Wir brauchen hier mal ein paar Bänke, damit ich schon mal sehe, wie viel. Ich verstehe nicht, warum das mit der Farbtherapie nicht klappt. Sind die Ausbildungen jetzt schon fertig? Ja, fast. Vielleicht mögen die sich so sehr, ich verstehe es auch nicht. Hey, hier sind schon viele Clowns. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Weite Bildung abgeschlossen. Was ist das denn hier von Symbol? Angenehm. Wie ist das denn nach oben? Das neue Hit-Album von Jazzman Odyssey. Mit ihren Hit-Singles. Nice smelling face. Temperatur ist das. Geheilt. Und? Wir haben einen geheilt. Ah ne, helles Köpfchen. Fuck. Jetzt macht der noch eine Pause. Das neue Hit-Album von Jazzman Odyssey. Du bist zu mir. 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 Es geht mit dir. Es geht mit dir. Es geht mit dir. Wo ist es denn schon wieder? es kann doch nicht sein dass wir ständig die leute hier ab aus den stationen rausgehen habe ich doch gar nicht ausgebildet kommt ein bisschen viel gewusel hier was mit der farbtherapie nervt ich habe hier so ding drin sitzen patienten die die krankenhausvorschriften missachten werden gebeten dies zu unterlassen die brauchen nicht nur einer die brauchen ja richtig viele heizkörper krankenpflege zur allgemeinen diagnose bitte alter achtung pormi bitte priorisieren sie den unterhaltungswert für unseren gast über das wohlergehen der patienten instandhaltungsdurchsage pflanzen benötigen wasser wuuh wir tun das so 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 Das war's von mir. Aber seit morgen wieder bei Bungo Kids dabei. Dann gibt's den ganzen Tag lang die Büro-Löwen. Das Geld machen wir gerade. Wenn man das nicht geguckt hat, sollte es unbedingt tun. Man ist nie zu alt für Zeichentrickserien. Diese hier ist bunt, richtig lustig und hat auch noch tolle juristische Ratschläge. Die haben mir schon mehr als einmal geholfen. Lass erstmal das in den Griff kriegen hier mit den Apotheken. Okay, sie arbeitet hier drin, wo sie drin arbeiten soll. Habe ich das eben verwechselt gehabt. Warteschlange 6. Aber es ist doch hier alles... Ach so, warte mal. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ähm, und wir brauchen... Ach, das war kacke. Äh, wir brauchen... Einstellen, wir brauchen den zweiten Hausmeister. Ja, weil die Hausmeister können ja gar nichts hier. Ne, sorry. Dann warte ich mal lieber noch. Das hinten haben wir. Ärzte. Wir brauchen eigentlich einen kleinen Mitarbeiterüberhang, dass wir immer Mitarbeiter ausbilden können. Alter, staut sich hier schon. Dass ich sage, ich hole mir jetzt zwei... Oder ich nehme zwei Ärzte. Die machen ja nur hier. Zwei Ärzte, der hat noch nichts. Der hat noch... Ah. Ja, weißt du was? Einstellen. Arzt. Ah, ne, noch nicht. Ich habe ja eine Ausbildung laufen. Das ist mit der Scheiß-Farbtherapie nicht. Komm. Jawoll. Wollen wir uns noch mal beschweren? Dann muss ich noch mal beschweren. Ein Stern. Eine Stunde gedauert, um einen Stern zu kriegen. Ich habe versucht, mit dem Laptop zu zocken. Das Ding hat NoJoc ein FPS geschafft. Bei, ähm... Du paltest aus, bitte, oder? Was geht mit ihm? Müde Knochen. Ich stürme müden raus. Warum gehst du denn? Was ist das? Verpiss dich. Ich brauche dich nicht. Mach Glück, oder? Ricky Hawthorne. Packt euren Koffer, schnappt eine Gabel und zieht die weiten Hosen an. Denn es geht auf Tour mit Chefkoch Ricky. Genau, hier spricht Ricky Hawthorne. Und heute nehme ich eure Geschmacksknospen auf eine Reise durchs Two Point County mit, bei der ich meine liebsten kulinarischen Kostbarkeiten mit euch teile. Ah, nee, das war falsch. Und jetzt geht's. Ja, ich habe es mir mittlerweile eingestellt, Drakom, dass ich zu Hause absolut in Ruhe Modus gehe, also zu Hause kriege ich keine Nachrichten, also kriege zwar Nachrichten, aber das vibriert nicht mal und sobald ich die Wohnung verlasse, geht es auch lautlos, aber vibriert, also wenn ich es in der Rosentasche habe, dann rufen wir den nämlich hier weg. Geheilte Patienten werden gebeten, das Krankenhaus zu verlassen, bevor sie sich noch etwas anderes einfangen. Es funktioniert nicht, wie ich es mir vorstelle. Oder gehen die da alle da ins Bett? Gut, ich hoffe. Eins, zwei, drei, vier. Das sind so wenig Betten. Das macht aber Profit, ja, ja. Da zeigt sich doch wieder einmal, dass man bei Meeresfrüchten wirklich nicht wählerisch sein muss. Jetzt mache ich Profit. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wow, 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 wow. 10, warte in den anderen Raum. Autoschlange 1 Das ist heftig Autoschlange 0 Autoschlange 0 Sind die jetzt mal mit der Ausbildung hier fertig? Ja, danke So, dann du wirst nur da arbeiten Instandhaltungsdurchsage Pflanzen benötigen Wasser Du gehst hier rein und bekommst Ausbildung auch Apothekenverwaltung und wirst dann hier drüben arbeiten Ah ne, das ist ja nicht Apotheke Das ist ja Diagnostik, ja ist erstmal egal Das ist ja Apotheke Aber der ist keine Warteschlange Nein Das brechen wir mal ab Instandhaltungsdurchsage Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden Ich müsste vielleicht ein paar mehr gleichzeitig ausbilden Das bringt das, wenn ich immer nur einzeln ausbilde Also die schicken Wir entschuldigen uns für den Müll, den sie auf unserem Boden verteilt haben Ich werde halt Haltungsdurchsage Ich werde Haltungsdurchsage Mülleimer füllen sich mit der Zeit Na, wir müssen mal langsam auf die eingehen Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das machen Wie es am schlauesten ist Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik bitte Hier haben wir gut die Warteschlange abgearbeitet Sehr gut Profit mache ich nicht so viel Ich mache nur 2000 Profit Ich habe viele Ausgaben Das sehe ich gerade Erreiche ich die Stufe 5 mit dem Pausenzimmer Okay Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt Komm ich ja niemals auf Stufe 5 Plätze Ja, das schaffen wir nicht Ach doch Das könnte man schaffen Das könnte man schaffen Oh, Sonne Teppich natürlich noch rein Können wir natürlich rein machen Habe ich vorne im Eingangsbereich übrigens vergessen Dann sollen wir noch eine Sonne Blume hier rein Irgendwas, was wir machen können Ja, ist nicht mehr viel gewesen Super Alter, das Zimmer sieht aus Der Raum sieht aus So, wo brauchen wir denn hier Ey, ich werde gleich mal krank Konsequenz 3 Auf Pille Machen Automatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden Und stelle dafür eben noch ein paar ein Diagnostik erlernt So Naja, so geil Schönen wir mal Oh Oh Ähm D-d-d-d Machen wir noch hier Ein Pflegeschüler ohne was Pflegeschüler ohne was Fügbare Kost Äh, das Instandhaltungsdurchsage Pflanzen benötigen Wasser Jetzt kommen wir hier nie voran Jetzt kommen wir hier nie voran Oh Das hat gerade noch zu sehen Ja, komm Scheiß drauf, wenn mir einer stirbt Schwund ist immer Oh, guck mal Profit 51.000 Okay, wir machen doch ein bisschen Profit Wahrscheinlich hat auf jeden Fall nur Mitarbeiterkosten gerade Behandlung ist gescheitert Patient tot Oh Ist ja unnötig, da die Dinger einzubauen, warum funktioniert die Heizung denn nicht? Ach so, weil das draußen war. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Spritzenhaus, ja, haben wir noch nicht. Wo haben wir denn da? Ja gut, müssen wir als nächstes erforschen, ich hab doch mal weiße Farblehre 2 hier erforscht. Oder kann ich das ändern? Ne, das kann ich leider nicht ändern. Haben wir denn eine Krankheit, nur dass ich eins für ausgerottet gehalten habe. Apotheke, ja Apotheke haben wir ja. Vielleicht bräuchte ich mal noch eine zweite Apotheke. Kann das hier ja runter. Na mal das. Kopieren. Wir haben jetzt hier drei, für eins, zwei, für das Circus-Ding. Unser nächster Halt ist in Hoxport bei einem meiner Lieblingslokale, dem Only Comorant. Ich kann die hier servierte Variante des Chicken Two Point wärmstens empfehlen. Wie allseits bekannt erlangte dieses Gericht während der großen Curry-Knappheit von 1823 besondere Beliebtheit. Das Leinsamen-Alioli aus Cricket-Schlägerfässern ist ebenfalls einen Versuch wert. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ja, ich hab, ich hab noch kein Spritzenhaus, ich hab das muss erst erforschen. Entschuldigung, oder? Ne, ich muss das erst erforschen. I'm sorry. So, super, warte mal, jetzt hier. Fördern. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Warum kann ich die nicht aufnehmen? Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So, jetzt werde ich... Zwei Ärzte auf diese Gemeinmedizin machen. Ähm... Ne, wir werden einen auf Spritze machen. Das war jetzt mehrmals schon, dass wir dann gleich immer das erforscht haben. Die Ausbildung dafür haben. Komm, sag mal hinten hier. 1600. So, und du kannst nämlich hier zwischen Farbtherapie und Zirkus... Ach ne, zwischen Farbtherapie und Zirkus, Entschuldigung. Hin und her wackeln. So. Du machst das, was ist mit dir? Für die Zirkustherapie wird ein Krankenpfleger benötigt. Ich glaube, wir kriegen drei. Äh, vier. Warum sind jetzt hier so viele... drin? Was ist mit euch falsch? Eins, zwei, drei. Oh. Okay. Dann kommst du hier rein. Perfekt. Psychiatrie benötigt. Psychiatrie benötigt. Patient bitten zu warten. Psychiatrie ist ja kein Problem. Psychiatrie brauchen wir erstmal hier hin, bevor wir hier... Ne, Psychiatrie ist ein Problem, weil ich es noch nicht ausgebildet habe. Ähm, apropos... Psychiatrie ist ein Problem. Naja, war der Pech. Die jährliche Prüfung steht bevor. Selfie... Selfie... Selfie-Sepsis. Ja, sorry. Psychiatrie... Verfiss dich. Ich brauch kein Mensch. Vor ihm hier ab. Nippelt. Seht ich euch raus. Entschuldungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So wie er hier. Ja, es läuft doch. Und auf dem es vorhin mal so ein bisschen doof ausgesehen hat. Komm, kannst du dich mal jetzt beeilen hier? Ja, ich weiß, dass wir so eine Psychiatrie brauchen. Aber ich weiß, ich kann es nicht ändern. Ich habe... Ach, da muss ich als nächstes unbedingt einen Arzt auf Psychiatrie... Ach, die alte macht Pause. Deswegen klappt das nicht. Ja, gut, dann müssen wir doch mal eben gleich Arzt auf Psychiatrie... Guck mal, einfach, wenn mir das geblockt ist da. Ich kann ja schon mal eine bauen. Äh, haben wir hier zwei Aktenschein gehinten. Natürlich immer einen Apfel-Eimer neben die Mülltür. Feuerlösch brauchen wir hier drin nicht. Heizkörper brauchen wir hier. Pflanze natürlich hier rein. Direkt neben den Heizkörper. Das ist immer sehr gesund für die Pflanzen. Genau, dann machen wir mal eine Wasserkuppel rein. Und eine Insektenfarm. Direkt fürs Fenster. So, war es kurz weg. Sorry, ich habe gar nicht... Ich bin so in das Spiel gerade vertieft. Aber schön, dass du wieder da bist. Dann machen wir noch Objekte davor. So, eine Bank. Und mein Heizkörper. Inoffizielle Beschwerden werden nicht als offizielle Beschwerden angesehen. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ja, ich habe noch keinen Arzt für die Psychiatrie. Ähm, das reißen wir mal weg hier. Kaufen. Spritzenzimmer kann ich noch nicht bauen. Aber eine Playlist von Musik gefunden, die ich voll abfeiern. Muss ich schnell abspeichern. Ja, dann los. Hopp. Ja, ich weiß, dass mir... Ah, warte mal, jetzt kommen wir doch hier. Arzt. Weiterbildung benötigt. Ich brauche aber einen... einen jungfräulichen Arzt. Was? Was? Jetzt weiterbilden. Psychiatrie. Da bist du ab sofort meine... Psychiaterin. Sorry. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Kannst du nach Hause schicken? Selbst das habe ich nicht. Ich muss es erst davor schon. Äh, wieso fehlt es hier? Hä? Äh, wieso fehlt es hier? Ach, hier geht es ja ab, ey. Kratz. Ach, das ist die... Ja, der muss leider nach Hause. Sorry. Ja, gut. 10 Watt, dann kriegen wir geheilt. Wohl doch lokaliver als Häuser renovieren. Ja, ja. Ein bisschen stressiger. Instandhaltungsdurchsage. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Oh. Oh. Wie schnell geht das hier? Das hast du wieder einigermaßen. Das die... Was ist denn die dumme Nuss? Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ich weiß nicht, wo die sich rumteilt. Ja, vielleicht sollten wir doch noch ein paar Ärzte einstellen. Obwohl, so viel Watteschlage ist ja nicht. Vier. 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 Das ist jetzt nicht so viel. Wo ist denn die Forschungsärztin? Sitzt. Bist du das? Ja, du bist das. Du sollst hier nur in der Forschung bleiben. Ja, ich muss die... Sie möchten einfach nichts mehr von all den schönen Dingen im Leben hören? Positive Schlagzeilen und lohpudelnde Artikel machen Sie ganz krank? Dann lesen Sie den Tagesspötter. Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Hast du ja feckwolle gemacht. Ja, ja, das ist ja. Aber es ist schon anstrengend. Das ist Radio Two Point. Aktuell muss ich noch welche nach Hause schicken, weil die hier mit der Forschung nicht klarkommt. Und jetzt haben wir gleich einen Psychologen. Und den Psychologen werden wir aber gleich noch auf Stufe 2 machen, wenn ich das schon kann. Aber notfalls kannst du ja immer noch einen Kredit aufnehmen, wenn du kurz vor Probe bist, aber das wollte ich vielleicht nicht. Wir sind jetzt auch schon anderthalb Stunden an diesem... Fördern, so... Psychiatrie. Nee, dann gehst du erst mal... Machst erst mal Psychiatrie. Nix anderes. So. Du bist erst mal... Alter, 17. Achtung! Bitte schauen Sie nicht direkt in die Kamera. Okay. Ich brauch dann mal noch einen Arzt, der... Psychiatrie macht. Aber die haben schon alle was. Oh, immer noch einen gleichen Zweiten dazu. Machst du mal drei Psychologen. Autoschlange 2. Autoschlange 18. Ganz wie viele irre Leute hier. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Mann. Komm, hier gleich fertig. Können wir gleich Spritzen-Ding machen. Ihr hört Ricky Hawthorne. Auf Radio 2. Räucherspeisen sind ja bereits in aller Munde. Aber wie sieht es mit Smogspeisen aus? Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine besondere Smogly-Spezialität. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber bekanntlich ist gewöhnungsbedürftig gleichbedeutend mit exklusiv. Und was exklusiv ist, kann ja gar nicht schlecht sein. Wir entschuldigen uns, wenn wir sie auf unserem Boden verteilt haben. Und danach werden wir sie in die Weiterbildung schicken, dass die Forschung 2 hat. Wir haben 214.000. Was wir mal hier rein machen, ist... Weiterbildung abgeschlossen. War's so schnell? Wann mal. Du gehst nur da hin. So, und... Achso, der eine ist weiter... Ah, okay, der eine war ein bisschen schneller. Ich hab ganz viele psychiatrische... Komm, ich helfe dir mal. Ja, ganz viele psychiatrische Erkrankungen gerade. Komm hier, geh arbeiten. Mach was für dein Geld. Elf, sieben, sechs. Läftig. Ich brauch unbedingt noch Hausmeister. Meine Hausmeister kommen nicht klar. Heide zehn Patienten. Ach nee, ja, Belohnung keine. Ja, geil. Wirst du nur verarscht hier. Wirst du nur verarscht in diesem Spiel. Ähm, was haben wir denn dann noch? Medizinstudentin, Assistenzärztin. Ich hab schon drei Zimmer. Sorry, aber... Die braucht ihr ein bisschen länger. In der Ausbildung. Jetzt macht die schon wieder Pause, die alte... Oho, Ficken. Was wird so ausfielden? Bin ich... Die Grocklebay-Krabbe. Dieses zehnbeinige Wunder und Kronjuwel der hiesigen Gewässer. So ein prächtiges Krustentier, das man sich zu fünf teilen kann, hat schon etwas Faszinierendes. Obendrein ist die Schale überaus nützlich. Ich verwende zu Hause eine als elegante Obstschüssel. Welcome back. Ja komm, Notfall nehmen wir auch noch dazu, die Psychiatrie. Kein Problem. Ist ja nicht so, dass die Psychiatrie fast leer ist. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. No Wist, No Fun, Leute. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. So. Oh komm. Wählen wir mal den weiter. Gemeinmedizin 2. Den machen wir auch Allgemeinmedizin 2. Können wir noch einen Allgemeinmedizin? Ne. Dafür stellen wir aber können wir ja dann wieder rausschmeißen notfalls. Damit das hier weiterläuft. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Ja, ich bin doch schon dabei. Aber wie sieht's aus, Psychiatrie hier? Guck mal, 8, 11, es ist 11. Schön ins Plättchen gebracht mit Gute-Nacht-Story und so. Schön nochmal über den Auspuff gestrichen. Darf noch mal kurz Sandmenschen schauen. Ich spiele hier zwar eigentlich schon, aber sehe ich denn irgendwo, ob Ärzte arbeitslos sind? An der Aufnahme wird ein Assistent benötigt. Ah ne, hier sind genug drin. Aber wenn du fertig bist, warum machst du denn keine Pause? Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Lasst uns über den Cirque du Parfait und das gleichnamige, halbflüssige Gericht reden. Wer dorthin reist, sollte nichts anderes essen, schon allein um den abschätzigen Blicken der restlichen Gäste zu entgehen, wenn sie einer Speise mit erkennbarer Textur ansichtig werden. Ach, es ist für jeden jungen Pointianer ein ganz besonderer Moment, wenn ihr zum ersten Mal eine Geschmacksrichtung aussuchen darf. Bei mir war es halb Pistazie, halb Leber und Zwiebeln. Einfach unvergesslich. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Du musst doch fast fertig sein, oder? Hä? In Standhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ja, ich habe... Kann ich. Sorry. Seid behandeln. Es ist vorbildlich, Cover. Vorbildlich. Machste gut. So, wie sieht es in Psychiatrie aus? Es wird immer schlimmer hier. Es wird immer schlimmer in der Psychiatrie. Die kommt nicht hinterher. Wenn mir gleich ein Arzt irgendwann Pause machen will, habe ich ein richtiges Problem. Ich habe kein Selfie-Spritzenhaus. Wie oft soll ich das denn noch machen? Fick dich, geh nach Hause. Wirst du ja nicht behandelt. Ich habe gerade einen Doc angeheuert. Ich werde auch gleich noch mal zwei Docs anheuern und Psychiatrie ausbilden. Ich bin überlegen, ob ich den 125er-Schein mache. Weil da musst du ja keinen Schein machen. Da musst du ja nur ein paar Fahrstunden machen. Wenn mir dann so eine kleine 125er-Schein hole. Aber alles, wenn ich wieder arbeiten gehe, wenn ich wieder gesund bin, wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr. Heile 20 Patienten. Patient in die Behandlung, bitte. Ich wiederhole, Patient in die Behandlung. Ich glaube, wir müssen mal überlegen, da noch ein neues Grundstück und da nur Psycho reinzumachen hier. Es wird nicht weniger. Guck dir so mal an, Adia. Ist die Weiterbildung hier abgeschlossen? Ich dachte, er ist jetzt gestorben. So, und du? Geh mal hierher. Ja, warte mal. Wir machen mal zwei Psychologen oder einen? Wir machen mal zwei Psychologen oder einen? Dann habe ich vier. Na klar. Besuchen Sie den Zoo von Grockle Bay. Und bewundern Sie Klammeraffen. Ah. Luftschlangen. Und Reiswölfen. Okay, wo ist denn, ähm... Was? Grockle Bay Zoo. Fast keine Todesfälle in über zweieinhalb Wochen. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two-Point. In der Farbtherapie wird ein Krankenpfleger benötigt. Äh, wir brauchen nochmal auf jeden Fall Krankenpfleger. Wird langsam ein bisschen viel hier. Der kommt aus dem anderen Raum nicht mehr raus. So, jetzt haben wir hier eine Zweier sitzen. Hier haben wir einen Einsatz, das ist... Ach, der hat die falsche Ausbildung. Ah, Personal. Ah, ich... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind da hingefahren mit wirklich vier Polizisten dem Sohn oder dem Jungen, der immer noch ein bisschen bei uns auf der Trage rumgerandaliert hat und uns und die Ärztin meint ja der ist doch hier nicht gemeldet der ist hier doch gar nicht zuständig Wir haben wirklich eine Polizistin und ich stand da und haben diese Oberärztin da angebrüllt Wir haben diese Oberärztin angebrüllt das kann wohl nicht sein Mensch, wie verachtend das ist und dann mussten wir den 60 Kilometer weiter in eine andere Psychiatrie fahren weil der da noch gemeldet war und die zuständig war Die konnten sich nicht ummelden wegen Corona sonst wäre der schon längst hier gemeldet gewesen Und dann sind wir mit Polizeikleidung da hingefahren Also Psychiater habe ich immer gefressen Also Psychiater sind echt ganz, ganz schwierig Eine ganz schlechte Erfahrung mit denen Und der Junge wurde dann irgendwann während der Fahrt so ruhig und so entspannt sein Stiefvater war mit hinten drin Im Moment, der hat hier bei der Mutter gelebt Genau Und sein Stiefvater war mit dabei Der war auch dann hinten drin Den haben wir mitgenommen und so Und dann haben wir irgendwann eine Polizistin fuhr vorne mit Und da haben wir dann irgendwann die Handschellen abgenommen und der hat dann Handy geguckt und so nach 20 Und dann habe ich so rausgehört dass die Polizisten eigentlich schon bald Feierabend haben und so nach 30 Kilometer oder so habe ich gesagt Ey, der ist so entspannt mit seinem Stiefvater Der ist so auf den fixiert Der hört alles, was der jetzt macht Und dann habe ich die Polizisten dann nach Hause geschickt und habe gesagt Ja, komm, nächste Raststätte raus Und die waren echt dankbar Ich sagte, naja, wenn sie das nächste Mal ein Parktegetrieger oder so Denkt an mich Und, ähm, die durften dann nach Hause fahren Ja, ich brauche ein Ich weiß also, ich ein Spritzenhaus brauche Wie oft denn noch? Die alte kommt ja nur nicht klar mit der Psychiatrie erlernt Danke Wir haben ziemlich viele Psychos hier in der, in der Du gehst in die falsche Richtung Äh Zum Abschluss unserer Reise Möchte ich noch das Gemüse aus dem Südosten Unseres wunderschönen Counties erwähnen Zwei Zwei Drei Kontakte Konnte ich einige Karotten ergattern Groß wie ein Ich hab doch Treibsyslogen Aber hab ich den jetzt ausgebildet Einfach unschlagbar Wenn ich es nicht besser wüsste Würde ich glatt denken Die kämen aus dem Labor Und nicht aus dem Garten Ja gut, dann haben wir einen Ersatz Falls hier einer Pause machen muss Geht nie ab Ist hier eine Mitarbeiterversammlung? Geht arbeiten hier Faulen Säcke Einen Spritzenhaus 2 Hab ich leider noch nicht Ich kann die leider nicht ausbilden Sorry Weiterbilden Wo ist denn Hab ich das ausgemacht? Was hab ich denn ausgemacht? Hab ich das denn gemacht? Was brauch ich denn dafür? Das Also ich brauch ganz viele Krankenpfleger Mit diesem Was bist du denn? Tänzärztin Tänzärztin Warum hab ich denn das bei den Also vielen ausgebildet? Ich hab das falsche ausgebildet wahrscheinlich, oder? Brauchen doch überall Krankpfleger mit Spritze Hier Überall brauchen die das Geht arbeiten hier Faulen Säcke So dass du kein Chef bist Ey, ich hab mich auf so eine Chefstelle beworben Warte mal ab Warte mal ab Was geht denn jetzt hier ab? Machen wir alle Pause? Geht arbeiten hier Faulen Säcke Instandhaltungsdurchsage Mülleimer füllen sich mit der Zeit Was geht denn mit der Dumm Macht die schon wieder Pause, oder was? Ja, die macht doch schon wieder Pause Wir werden gleich mal Du willst der Chef der Faulen Säcke werden Da müssen sie was hier dann Ich hab mich tatsächlich auf eine Wachleiterstelle beworben Mit einem NEF und einem RTW Ich hab gestern eine Bewerbung geschickt Mal gucken Ja, ich hab mehrere Bewerbungen Also Ach, halt, halt Ich hab gar nicht gesehen, dass du da bist Entschuldigung Ähm, danke Ich hab mehrere Bewerbungen geschrieben Für die normalen Jobs, für die ich mich beworben hab Easy Und für die etwas spezielleren Jobs Mal schauen Da sind so ein, zwei Sachen dabei Also ich hab im Moment vier Bewerbungen laufen Nenn mich Brad Pitt Ne, ich nenne dich Pritt Ne, Pratt Wie war das Pritt Pit Pratt Ne, wie war das Oh, wie ging das Oh, die den Namen so ver Hohle pilert haben Ich weiß, das ist kein Wort Pratt, Pratt Was geht denn mit euch hier allen Terminarztpraxis Gesundheit kritisch Dann geht auch rein hier Ist doch Platz Der Krankenpfleger wird zur Station gebeten Ähm Dass die hier nicht vorankommt An der hängt's Psychiatrie Wieder ein bisschen Ich schick so viele Patienten nach Hause Die eigentlich Das hier brauchen Das Jahr ist fast vorüber Wie viel kriegen wir? Ich sag vier Vier Eins, zwei, drei Vier Äh Da Uh Fünf Sechs Wir haben diese tiefer gestapelt Ich hab schon gedacht, dass wir sechs kriegen Oh, was denn hier? Förderung In Starthaltungsdurchsage Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden So, was geht jetzt mit dir? Du bist Nummer eins Du gehst arbeitstechnisch hier rein Und wirst auch nur hier drin arbeiten, mein Freund Gehst nirgendwo anders hin So Obwohl doch da kannst du hin Die brauchen ja Zockestherapie braucht ja Braucht ja Krankenpflege Ja, wieder einer gestorben Im Klo Ja, komm, Notfallapotheke Haben wir mal Haben wir Haben wir drei Stück Radio Two Point Guten Tag und herzlichen Glückwunsch an alle Zuhörer Denn heute ist ein ganz besonderer Feiertag Hast du den Darm rausgeschissen Bochstag Selbstverständlich wird die heutige Sendung ganz und da dem Mann der Stunde gewidmet Dem Herzstück des County Dem Juwel von Radio Two Point Und hier weiter Therapie machen Das dann hier rüberziehen Meiner Wenigkeit Sir Nigel Hier wird es langsam engst Patienten treffen jetzt an der Apotheker Warte mal Das machen wir jetzt mal Ähm Ähm Bearbeiten Das wir da dann in eine Toilette reinsetzen Kleine Bearbeiten Dann setzen wir nämlich den Raum Was hab ich jetzt geklickt? Bearbeiten Hier rüber Genau Und den machen wir auf Kopieren Weil hier stapeln sich auch grad ein bisschen die Patienten Was läuft denn grade? Ach die alte ist immer noch nicht fertig Ach die alte ist immer noch nicht fertig Ich kann mal jetzt weiterbilden Ähm Ergermalmedizin Ergermalmedizin Machen wir noch zwei Ergermalmedizin Das ist Park Park Parkitekt Ach Parkarchitekt Achso ja Ich hab aber ähm Aber wie heißt denn das andere? Auf Steam Instandhaltungsdurchsage Auf Steam Könnte man auch mal spielen Könnte man auch mal spielen Angefüllt werden Die dumme Es nervt mich so Aber ich glaube die wird gleich fertig sein Überhalten War die Weil ich das nicht schnell genug ausgebildet habe Ein Neuerfurchschale Was ich aber Bock hätte, mal anzuspielen, ist LKW-Simulator. Dieses LKW-Fahrer-Ding da. Aber mit dem LKW ein bisschen rumfahren und so. Da ist mal... Immer die nächsten Monate viel Zeit. Eurotrag genauso. Mal wieder ihre Lieblingsmurmel verschluckte. Lassen Sie uns wissen, welche meiner Kindheitserinnerungen Ihnen am besten gefällt. Komm schon. Jawohl. Äh, langsam. Wie soll ich mal da noch? Na, LS22, das ist mir zu kompliziert. So, warte mal. Wir müssen jetzt... Wir müssen mal ganz kurz jetzt hier uns konzentrieren. Spritzenhaus. Zimmer. Spritzenhaus. Ja, wir hatten das ja schon mal, das Thema. Oh, Apfel-Eimer. Feuerlöcher natürlich. Heizkörper. Aber ich habe einfach zu viel und ich muss langsam mal wirklich anfangen zu beenden. Nicht schön, aber selten. Jetzt brauchen wir... Jetzt rutsch dir nicht aus, mein Freund, damit du nicht noch chirurgisch wirst. Ähm, Objekte. Eine Bank. Heizkörper, die frieren hier wahrscheinlich wieder alle. Die Hölle. Ja, je fehlende Mitarbeiter habe ich das Gefühl... Um du nicht hier rüber wirst, weiß ich nicht. Okay, Forschung abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die Forschungspunkte voll machen und dann können wir nach zwei Stunden mal endlich auf zwei Sterne gehen. Ähm, wenn Ausrutsch wurde... Man glaubt, man kann das auch schneller spielen, als ich das spiele, oder? Krankenpfleger zur Zirkustherapie, bitte. Hm. Hi, Ona. Moin. Alles gut. Und bei dir? Oh, äh. Ja, 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 ja. Wie die rausspringen. Guck, dann. In der heutigen Ausgabe von Bittlebirths Bewertungen nehme ich Geburtstagskerzen von Liquidbox unter die Lupe. Flemingtons führenden Anbieter von Kerzen und ostasiatischem Küchenzubehör. Licht leuchtet. Flamme brennt. Aroma nicht völlig geruchlos. Alles in allem eine löbliche Leistung. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Lädet hier denn gerade einer aus? Assistenz, Assistenz. Ja, das sind aber nur alles. Warte mal. Krankenpfleger. Eins. Zwei. Drei. Achtung! Rutschgefahr durch Erbrochenes. Muss ja hier noch. Ja, aber... Machen die jetzt hier eine Spritze? Warte, Schlange 0. Scheint ja zu funktionieren. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Oh, wir haben gleich Stufe 2, äh, wir gehen gleich Stufe 3 hier. Noch drei. Komm, hier. Erledigt. Nice. Das Krankenhaus sieht so schön dekoriert aus. Ja, ja, geht. Ist einfach nur nach oben getrieben. Die Bänke stehen ja auch mittlerweile mitten im Raum, weil ich umgebaut habe gerade. Können wir eigentlich mal... Instanthaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Was zieht denn da? Ey, anstatt zu arbeiten hier... Oh. Oh. Weiß nicht, was sie da gerade gemacht hat. Du willst auch nicht wissen. So, wir wollten hier noch eine Toilette hinbauen. Aber wir haben das mit der Psychiatrie abgebaut. Abgearbeitet, das ist gut. Trinken Sie Musjuice. Den gesündesten Drink, der mit Geld zu kaufen ist. Nur die glücklichsten Freiland-Elche aus kontrolliert biologischer Aufzug. Werden in unseren Entsaftungsanlagen verarbeitet. So, Bilde 20 Mitarbeiter weiter. 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 Ja, aber so anstrengend ist das hier gerade. Ja, aber so anstrengend ist das hier gerade. 66 Prozent. Das ist Ferrarium 2. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ähm, brauchen wir denn noch ein weiteres... Machen wir noch ein weiteres Pause-Zimmer, dass das Pause-Zimmer überlastet ist. Ja, forscht mal jetzt weiter hier, Mädel. Da bist die nächste dran, die übrigens weitergebildet wird. Auf. Ich würde überlegen, die Toilette hier wegzureißen. Wir haben ja da drüben eine Toilette und da noch so ein Zimmer. Ja, das müssen wir machen. Alter, wie viele Leute rennen denn hier mittlerweile rum? Zumindest in der Inspektion. Oh. 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 Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten und nicht visierbar, sie tatsächlich vorzufinden. Oh. 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 Schwende hier. Oh. 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 Oh Ah. Ohם. Oh man. Oh. Oh man. Oh. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Das die nur in diesen Bereichen arbeiten. Oh, das sind noch mehr. Es ist gerade sehr sinnlos, was ich mache. Ich muss mal kurz was gucken. Ähm, wo war denn das mit der Farbtherapie? Ja, die brauchen ja überall da, bis auf Pflege. Ja, dann sollen die sich immer untereinander abwechseln. Hier haben wir alle die gleiche Ausbildung, bis auf R hier. Hier habe ich leider am Anfang verskilled. Jawohl, das macht ja alles so wenig Sinn gerade. Ich muss das gleich mal angucken. Ich muss mir das nochmal angucken hier. Ähm. Ich muss ja eh 20 Mitarbeiter ausbilden. So, nehmen wir mal... Chefassistentin, Assistenzarzt, Nachwuchspfleger. Nehmen wir mal ihn. Verfügbare Kurse. Ah, okay. Habe ich denn... Aber ich habe das noch gar nicht. Scheiße. Ne, dann machen wir mal die eine... verfügbare Kurse. Forschung. Verfügbare Teilnehmer. Ach nee, ich kann auch nur Forschung 1 machen, oder? Das ist ja nervig. Ach nee, du erforschst gerade. Okay. Ähm. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schicke ich mal 3 in die Ausbildung. Verfügbare Kurse. Aber ich habe... Die Psychiatrie kann ich machen. Diagnostik 2. Allgemeinmedizin 3. Teilnehmer. Wir machen erstmal Allgemeinmedizin 2. So. Und dann machen wir die 4 auf Allgemeinmedizin 3. Ich könnte mir natürlich auch noch eine 2. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Wir haben ja jetzt hier... Psychiater über. Wir müssen hier die... Den Stauabbauern... In Standhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Verbrachte 365 Tage im Skal... Ernsthaft? Der hat 365 Tage. Das ist ja fast so wie ich. Toiletten haben wir ja wohl genug. Gut. Wir haben hier keine Toilette. Aber wir haben hier eine Toilette. Und wir können nochmal da rüber gehen. Wir können mal aber... Ähm... Kopieren. Damit die nicht so weit laufen müssen hier. Das sieht einfach mal... Man hat da auch noch aus. Okay. Ja toll. Ich habe Gesundheitsinspektor bei mir, sterbende Leute. Komm, sterb doch aufeinander hier. Auf Radio Two Point. Ich habe hier eine Nachricht von Georg. Er schreibt... Nigel, alles Gute zum Geburtstag. Ich heiße Georg. Ich bin fünf Jahre alt. Wie viele Jahre alt bist du? Ach, ist das nicht reizend? Hallo Georg. Vielen Dank für deine Glückwünsche. Doch eine solch unziemliche Frage kann ich leider nicht beantworten. Wie gesagt, wenn wir die zwei ausgebildet haben, machen wir dann vier Ärzte auf Stufe drei. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Siehst du, ab jetzt können wir auch mal langsam anfangen zu installieren. Wir haben doch hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Forschungspunkte werden lange dauern. Ich bin mal gespannt, wann bei mir alle die Haare wieder anfangen zu wachsen, Lord Cookie. Also bis jetzt, ich bin jetzt vier Wochen aus der Chemo raus. Bis jetzt kommt da noch nichts. Warten, ganz klein, ganz klein bisschen, so gefühlt, flauschig. Aber im Kopf noch überhaupt nichts. Also jetzt wächst ja mal als erstes das nach, was immer am schnellsten... Die Klinik benötigt einen Arzt. Was immer am schnellsten wächst. Also wenn... Bob ist erst mal nur Pause. Das wissen wir noch nicht. Ich muss morgen anrufen, morgen früh. Man muss einen Termin für einen CT ausmachen. Was dann auch wieder wahrscheinlich zwei, drei Wochen dauert. Dann wird CT, MRT gemacht und dann wird geguckt, ist er weg? Ist er mal fertig? Oder müssen wir eine weiterführende Therapie machen? Weiterschemung, Weiterbestrahlung oder vielleicht sogar eine OP. Davon geht es aber nicht aus. Und wenn er weg ist, also ganz weg wird er nie sein, weil das Gewebe wird immer noch da sein, aber eben tot. Das werde ich immer hier spüren, meinten die. Das wird nie hundertprozentig weg sein. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Wenn er weg sein sollte, also wenn er tot sein sollte, dann... Oh, warte mal. Dann wird Reha beantragt. Das dauert aber auch wieder alles. Ach, das wird alles so dauern, ey. Wieso kann ich nur zwei verfügbar? Egal, ich nehme die jetzt. Ich muss ausbilden. Ich mache mal... Das dauert nur zu lange. Nee, das Gewebe kann da bleiben. Das spürt man kaum... Also wenn ich jetzt so drangehe, merke ich, dass hier unter der Brust ein kleiner Knubbel ist, aber... Das stört kaum. Das kann bleiben. Also eine OP würde ich jetzt deswegen nicht machen. Also wenn die jetzt sagen würden, wir können eine OP machen... Aber... Müssen wir aber nicht. Nö, das Kacke. Dann würde ich es machen, aber... Das ist also... Hey, Quatsch, das... Nee, der ist... Ja, dann hast du dann einfach nur so ein Gewebe... Da, totes Gewebe, so... Was keine Funktion hat, einfach. Ähm... Das hat... Einfach keine Funktion dann. Ist... Aber es ist eben tot. Das muss geguckt werden. Da sterben gerade relativ viele Patienten. Ich habe nur noch eine Heilungsarte von 55. Aber das Psychiatrieproblem haben wir abgearbeitet. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Sagt der gerade oder? Lief da gerade einer rum, der ging da auch rum, der denn hin. Wir entschuldigen uns für den Müll, den sie auf unserem Boden verteilt haben. Da ist das Problem, dass die hier in der Diagnostik... Oh, Alter. Kopfhörer. Und ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Hausmeister. Ich habe schon sieben. Oh. Oh. Jetzt haben wir hier wieder genug Räume. Jetzt brauchen wir die nicht. Oh, da. Warte mal. Doch, hier brauchen wir doch Diagnostik. Nicht, dass hier oben zählt, sondern dass hier unten zählt. Scheiße. Da muss ich mir gleich mal eine Ruhe angucken. Die hier fortgebildet sind. Oh. War die heutige Sendung nicht eine wahre Freude? Ich hoffe, sie hat Ihnen einen guten Vorgeschmack auf mein reguläres Format geboten. Ich glaube, ich werde... Müssten Sie nun einen ganzen Monat darauf warten. Auf Wiederhören. Tschüss. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ähm. Die sucht nach Arbeit. Die ist... Alter. Willst du mich verarschen? Oh. Hier. Wo ist die denn? Mal gucken wir mal hier. Nehmen wir das raus. Das raus. Das raus. Das will nur, dass die da arbeiten. Woanders sollen die nicht arbeiten. Da wieder welche ausgebildet. Forschung. So. Also natürlich, wenn... Ähm. Wahrscheinlich den ihr... Platz hier gerade... Blockiert ist. Hier zum Beispiel gerade. Wo soll er denn hin? Dann werden die wahrscheinlich da nicht reingehen. Ah ja, jetzt geht er rein. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Äh, da. Macht Pause. 16 Tage. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir haben es... Wir kriegen sie in den Griff. Die Warteschlange. Okay, weitere Ausbildung. Komm. Wir sind 20 Mitarbeiter Ausbildung hier. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Weiterbildung. Ähm. Forschungspunkte. Das müssen wir mal hoch treiben. Deswegen mache ich jetzt hier gerade noch eine zweite Entforschung. Daran hapert es nur. Den Rest kriegen wir alles. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Gibt es die Spritze hinten? Ah, ah. Die kam auch gerade so rein. Du machst ja nur. Wo ist der Ausbilder? Das sagt der Motto. Ja, Kopf hat Toilette und stirbt. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Schon mit Schmackes rein ran. Der Tätus ist gerade... Ähm, Patienten. Krankheiten. Ah, okay. Jetzt kapiere ich jetzt das. Ach, warte mal. Warte mal. Das war ja auch allgemeine... Herzraser. Die sind jetzt. Ja, das sind hier. Das war's ein paar minuten. Das war's. Das ist ein paar minuten. Die sind drin. Ja, das war für uns. Oh, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir entschuldigen uns für den Mö, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, ist sie jetzt hier mal fertig? Ja, Forschung erlernt. Kann man denn schon Forschung 2 machen? Nein. Dann gehst du jetzt bitte hier rein. Du wirst auch nur Forschung machen. Radiologie. Upgrade-Spritze noch. Warum gehst du raus? Wolltest du morgen aus der Nerdförde? Hast du dich erinnern? Die Spritze? Was? Ah, jetzt ist es. Ah, du bist fertig hier. Aber warum kann ich dich denn nicht auf eine höhere... ...dann wirst du jeden Tag vergessen? Oder du kannst dich ja aus. Ich hab noch... Das ist noch in der Erforschung. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Hier ist Harrison Wolff von Radio Two Point. Denkt daran, ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Achso, ja alles gut. 21 Uhr. Alles gut. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik bitte. Hm. Aber wie konnte man denn... Jetzt stabeln sich die Psych-Patienten hier natürlich gerade wieder. Weil ich... Gerade zwei Ärzte von der Psych... Oh, hier ist es sehr kalt. Die jährliche Prüfung steht bevor. Die jährliche Prüfung steht bevor. Die jährliche Prüfung steht bevor. Jo, bis dann. Schlaf gut. Es geht um 9 zu schlafen. Ah, guck mal. Fast alle. Der Junge war auch schon mal... Konnte man auch schon mal mehr mit dem anfangen. Komm, ich stelle jetzt den Heizkörper hier mitten hier rein, das nervt mich. So, da atmen wir uns nochmal dran, Patientenzufriedenheit, ja, die sind relativ zufrieden alle, Hygiene. Die ist fertig, die ist fast fertig, dann könnte man die wahrscheinlich gleich auf Forschung 2 abbilden, weiterbilden. Das muss man wahrscheinlich bei 2Pine Campus dann auch machen mit Professoren und sowas. Jetzt mach die, ne, ich wollte sagen, mach doch jetzt nicht Pause. Forschung 2, genau. Kurs starten. So, ähm, dann möchte ich hier... Instandhaltungsdurchsage, Pflanzen benötigen Wasser. Hm. So, ähm. 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 Jetzt können wir nur noch abwarten und immer ausbilden. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Oh, okay, wir haben dann doch hier so viel zu tun. Krass, ich hab's nicht gedacht. Es ist mir so scheißegal, ich kann nix dafür. Na gut, du bist dann Medizinstudent. Brauch mal dafür. Eine Leuchtung. Mach mal dann. Ja, jetzt haben wir erstmal was zu tun. Machen wir ein bisschen Speed. Ich esse das. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Oh. 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 was soll ich machen der ist psychiatrie der ist psychiatrie der ist nicht psychiatrie was soll ich habe ja und ich habe ja drei ärzte vier was wollte ich das nächste machen wir entschuldigen uns für den möhlen sie auf unserem boden verteilt haben das kann man da noch weiter bilden kommen wir ja auch Schuss drauf. Komm, da war es nur einmal im Jahr. In Washington, in Mallorca. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben dann jetzt den Warteschlepper. Okay, wir haben das hier abgearbeitet sogar. Diese sind hier in der Säge. Achso, speichern. Okay. Der Gesundheitsminister trifft ein. Ja, wir müssen uns mit den Forschungspunkten pushen. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. всех, dass wir das hier in der Säge. Oh, wir müssen uns mit den Entleuchtungsklinik sein. Wir müssen uns mit den aboveen Antwerpen und aufbauen. Oh, wir müssen uns mit dem Entleuchtungsklinik verleten. Hier ist es jemand, der sich mit dem Entleuchtungsklinik. Oh, wir müssen uns mit den Il-Marscheln machen. Wir müssen uns alle открыten Erkogen. Der gute Entleuchtungsklinik. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Bildung ist abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Salat schmeckt immer. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja, Tomate, Paprika, Gurke und Feta. Ja, Tomate, Paprika 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 und Feta. Nein. 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 Ja. Ja. Nehmen wir auch gleich mit. Kann ich überbrauchen. Komm mit einer Station kommen wir zu Recht. Ja ich muss nur noch Forschungspunkte pushen. Blick. So. Forschung. Sind wir hier durch? Nein. Lange nicht. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Was bildet man hier weiter aus? Eigentlich ist es so sinnlos. Eigentlich ist es so sinnlos. Was geht denn mit dir? Ich habe vier Forschungsleute. Wo sind die alle? 1, 2, 3, 4. Wieso bist du da? Ja. Das da gar nicht sein. Das da gar nicht. Also. Ah. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe gesagt dass ich dumm bin. Das kann ich da sein. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich glaube, die Forschungssachen, die wir ja hier erforschen, nehmen wir ja mit in das neue Krankenhaus. Hausmeister zur Reparatur des Farbeimers, bitte. Das habe ich ja ganz vergessen. Eigentlich müssen wir dann im Anschluss ja einfach nur noch alles pushen, alles ausbilden. Weiterbildung abgeschlossen. Ich habe einfach weiterlaufen lassen und immer nur... Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Alter, fast drei Stunden in dem Krankenhaus. Ich glaube, das geht auch schneller, in einer halben Stunde oder so. Dann schw Senhor Kinder und companions, bitte. Das können wir ja15ります, bis dahin er vor. Bis zum nächsten Mal,ine pasa Clear, in der Grundkarte oder so. Einmal und ausливо Gas sählen lässt sich, wenn du denn Orte lobstätigstreichst, wenn dueli, unter dir, j anthelsta place und keine Super Ranch zu Eden. Lass Alone, ihr müsst ihr euch recht gut sprechen. Damit du in deinem Zweck zu sein. Die jährliche Prüfung steht bevor. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Yay, wir haben es geschafft! Server freigeschaltet, was ist denn ein Server? Nee. Zimmer? Nee. Beide. Ja, wir haben es geschafft. Nach... ...zwei Stunden und 40 Minuten. Läuft. Ja, wir haben es geschafft. Nach der einen sehr guten Drehort.